4. Wie wir retten die Schule Geschrieben und gelesen von Joachim Friedrich mit Bildern von Patrick Wirbeleit Und nun viel Spaß beim Hören und wenn ihr Lust habt, auch beim Lesen. 1. Kapitel Eine Überschwemmung im Klo und der wilde Westen in der Aula Die Schultoilette bleibt wegen einer Überschwemmung geschlossen. Ich drückte die Klinke herunter, aber die blöde Klotür war tatsächlich abgeschlossen, so wie es auf diesem seltsamen Zettel stand. Dabei musste ich so dringend. Wahrscheinlich lag es an der Aufregung. Immerhin war es der erste Tag an meiner neuen Schule. Und das ausgerechnet direkt nach den Osterferien, also mitten im Schuljahr. Wieso eigentlich Überschwemmung? Es hat doch seit Wochen nicht mehr geregnet, sagte ich leise zu mir selbst. War nicht der Regen, war der Meister, hörte ich eine Stimme von links. Ich erschrak und fuhr herum. Neben mir stand ein Junge, der etwa in meinem Alter sein musste und auch nicht viel größer war als ich. Dafür war er um einiges breiter. Seine langen, schwarzen Haare hatte er zu einem dicken Pferdeschwanz zusammengebunden. »Hast du dich angeschlichen?« fuhr ich ihn heftiger an, als ich eigentlich wollte. »Nö.« »Sondern?« »Bin einfach gekommen.« Ich seufzte. Sehr gesprächig schien er nicht zu sein. »Und dieser Meister hat also die Wasserleitung im Klo kaputt gemacht?« Der Junge schüttelte den Kopf. »Repariert.« »Sie war also vorher kaputt?« »Nö. Erst, als er sie repariert hat.« Ich stöhnte laut auf. »Kannst du dir vielleicht nicht jedes Wort aus der Nase ziehen lassen? Wieso war die Wasserleitung erst nach dem Reparieren kaputt? Und wer ist dieser Meister überhaupt?« Nun gab der Junge einen Seufzer von sich. »Ich rede nicht so gerne.« »Habe ich gemerkt?« erwiderte ich. »Kannst du vielleicht mir zuliebe eine Ausnahme machen?« »Meinetwegen. Der Meister ist der Hausmeister. Wir nennen ihn aber nur Meister. Außerdem ist er mein Papa. Er kann nicht so gut reparieren. Meistens gehen die Sachen, die er repariert, erst richtig kaputt.« »Dann sollte er vielleicht mit dem Reparieren aufhören?« schlug ich vor. Der Junge nickte. »Sagt meine Mama auch immer. Sie ist übrigens die Schulsekretärin.« »Und wer bist du?« fragte ich noch einmal. »Kalou.« »Kalou? Das ist doch bestimmt nicht dein richtiger Name, oder? Wie heißt du denn?« »Kalou«, unterbrach er mich. »Nix anderes.« Ich zuckte mit den Schultern. »Okay, wenn du es so willst.« »Will ich.« »Dann sei mich forschend an.« »Jetzt bist du aber mit Reden dran.« »Wer bist'n du?« Ihm das zu verraten, hatte ich zwar keine Lust, aber nun kam ich wohl nicht mehr drumherum. »Ich heiße Mick. Heute ist mein erster Schultag hier. Ich bin mit meiner Mutter neu in der Stadt. Sie arbeitet auch hier an der Schule.« »Jedenfalls ab jetzt«, ergänzte ich. »Kalou riss die Augen auf.« »Dann bist du der Neue in meiner Klasse. Und deine Mutter ist die neue Schuldirektorin.« »Dass meine Mutter die neue Direktorin ist, stimmt«, erwiderte ich. »Ob ich in deine Klasse komme, weiß ich nicht. Aber der Neue bin ich jedenfalls nicht.« »Sondern«, ich zögerte, bevor ich antwortete. »Die Neue.« Kalous Mund klappte auf. »Mädchen«, brachte er dann heraus. Ich nickte. »Mädchen«. »Milk ist doch ein Jungname. Außerdem siehst du so aus. Ich meine, Frisur, Klamotten und so.« »Lange Geschichte«, entgegnete ich nur und wartete auf einen der blöden Kommentare, wie ich sie mir in meiner alten Schule täglich hatte anhören müssen. »Ach so«, war jedoch seine einzige Reaktion. »Aber jetzt sollten wir los. Sonst kommen wir zu spät.« »Erst muss ich aufs Klo, sonst platze ich.« »An der Hauler ist noch eins«, beruhigte Kalou mich. »Das hat der Meister nicht repariert?«, fragte ich und bemühte mich, nicht zu grinsen. Kalou schüttelte ernst den Kopf. »Er wollte, aber er durfte nicht. Wegen Mama.« Ich fragte nicht weiter nach, sondern hetzte hinter ihm her in Richtung Aula. Als ich kurz darauf, sehr erleichtert, den großen Festraum der Schule betrat, sah ich mich nach Kalou um. Da ich ihn schon kennengelernt hatte, wollte ich neben ihm sitzen. Es war nicht schwer, ihn zu entdecken. Das lag zum einen an seinem Äußeren, aber auch daran, dass in den Reihen davor und dahinter einzelne Gruppen von Schülern saßen, aber mindestens die Hälfte der Stühle leer blieb. Wie üblich hatten ganz vorn die Lehrer Platz genommen, uns also ihre Rücken zugewandt. Während ich mich auf dem Platz neben Kalou niederließ, warf ich einen Blick auf meine Uhr. »Ist schon fast acht? Wann kommen denn die anderen?«, flüsterte ich. Kalou sah mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Kommen keine anderen? Sind alle da?« Ich schaute mich um. »So wenige?« »Kleine Schule«, meinte Kalou. Er hatte offensichtlich wieder in den »Ich-rede-nicht-gern« Modus gewechselt. Vorsichtig spähte ich an Kalou vorbei die Stuhlreihe entlang. Der bemerkte es offensichtlich. »Unsere Klasse«, sagte er mit einer Handbewegung in Richtung der anderen Schüler in unserer Reihe. »Ich zählte sie.« »Neun? Sind das etwa alle?« Kalou schüttelte den Kopf und zeigte auf mich. »Zehn, ab heute.« »Warum seid ihr nur so wenige?«, fragte ich. »Wenig Anmeldungen.« Ich atmete tief ein und versuchte, ruhig zu bleiben. »Und warum gibt es nur wenige Anmeldungen?« »Viele denken, wir sind bekloppt.« »Die halten euch Schüler für bekloppt?«, rief ich so laut, dass sich einige der anderen zu mir umtreten. Kalou verzog einen Mundwinkel zu einem schiefen Grinsen. »Nö, eher die Lehrer.« »Das konnte ich mir nicht vorstellen. Auch wenn uns die Lehrer nur ihre Rücken zeigten, sahen sie doch ziemlich normal aus. Vielleicht abgesehen von einem Mann mit langen, fast weißen Haaren, der eine Blumenkette um den Hals trug.« »Wegen der Lehrer?«, fragte ich Kalou. »Willst du mich?« Weiter kam ich nicht, denn aus den Lautsprechern dröhnte laute Musik. Die Melodie kam mir bekannt vor. »Das ist doch...« »Westernmusik«, ergänzte Kalou. »Das spielt er immer, wenn er auftritt.« Ich konnte nicht mehr nachfragen, denn in dem Augenblick betrat ein Mann mit Cowboyhut und Cowboystiefeln die Bühne. Genauer gesagt hopste er, als würde er reiten, wobei er mit einer Hand einen imaginären Zügel hielt und mit der anderen ein nicht vorhandenes Lasso schwang. »Herr Hintergruber, der Direktor«, rief mir Kalou über den Lärm hinweg zu. »Westernfän.« Nachdem er eine Runde über die Bühne geritten war, blieb er vor dem Mikrofon stehen und stieß einen Schrei aus. »Jippie!« Fast gleichzeitig brüllte der ganze Saal »Jippie!« in einer Lautstärke, dass ich vor Schreck fast von meinem Sitz gerutscht wäre. Kalou sah zu mir und öffnete den Mund. Ich winkte ab. »Sag nichts, ich glaube, jetzt weiß ich, was du mit den bekloppten Lehrern gemeint hast.« Wieder ließ er sein schiefes Grinsen sehen. »Wieso?« Bis jetzt ist alles noch normal. Ich fragte mich, ob ich vom Regen in die Traufe gekommen war. In meiner alten Schule waren die Lehrer zwar einigermaßen normal gewesen. Dafür hatten mich meine Mitschüler um so mehr genervt. »Liebe Schüler, liebe Lehrer«, hob der Direktor an, »nun ist es also soweit. Euer Buffalo Bill ist zum letzten Mal auf die Bühne geritten. Ich ziehe mich nun endgültig auf meine Ranch zurück, und dabei habe ich ein lachendes und ein weinendes Auge. Mit dem Weinenden werde ich euch vermissen, aber mit dem Lachenden freue ich mich auf meine Ranch und auf meine Rinderzucht.« »Ranch? Rinderzucht?« fragte ich Kalou flüsternd. Der nickte nur. »Er hat einen kleinen Bauernhof und zwei Kühe.« »Allerdings ist dieser Tag nicht nur für mich ein Abschiedstag«, fuhr der Direktor vor und deutete in die erste Reihe. Daraufhin erhob sich eine ältere Frau. So fröhlich Buffalo Bill auf der Bühne herumgehüpft war, so traurig schlich diese Frau nun zu ihm. »Mir bricht es fast das Herz, dass ich diese Schule verlassen muss. Sie war mein Leben. Macht es gut, Kinder. Lebt wohl!« flüsterte sie mit hängenden Schultern in das Mikrofon, das ihr Buffalo Bill überlassen hatte. Damit wandte sie sich um und setzte sich wieder auf ihren Platz. Offensichtlich etwas verwirrt über diesen kurzen Auftritt, räusperte der Direktor sich. »Wir sind auch sehr traurig, liebe Frau Listig. Aber Sie haben ja schon zugesagt, mir ein wenig auf meiner Ranch zu helfen und sich um den Garten zu kümmern. Das wird Ihnen bestimmt viel Freude bereiten.« Ich sah zu Karl-Loh. »Wer ist das?« »Frau Listig war die Schulsekretärin. Wird auch pensioniert.« »Ich denke, deine Mama ist die Schulsekretärin«, erwiderte ich. Karl-Loh nickte. »Früher halbtags, jetzt ganztags.« Ich verstand zwar, was er meinte, aber ich würde wohl noch eine Weile brauchen, bis ich mich an seine Art zu reden gewöhnte. Doch das war offensichtlich nicht das Einzige, woran ich mich gewöhnen musste. Ich beugte mich ein wenig vor und betrachtete meine neuen Klassenkameraden genauer. Ich zählte vier Jungen und fünf Mädchen. Wir waren also in der Überzahl. Das war schon mal nicht schlecht. Besonders blieb mein Blick an einem der Jungen und an einem der Mädchen hängen. Der Junge, weil er der Größte und auch der Hübscheste war. Das Mädchen stach mir dagegen wegen ihrer Kleidung ins Auge. Von ihren Schuhen bis zu ihrem Kleid sah ich nur eine Farbe. Pink. Außerdem fiel ihr hellblondes Haar bis weit über ihre Schultern. In der Hinsicht war sie also das genaue Gegenteil von mir. Schwarze, kurze Haare, abgewetzte Lederjacke, löchrige Jeans und Chucks, die nur noch Klebeband und Spucke zusammenhielten. Ich wünschte mir sehr, dass sie nicht eine dieser eingebildeten Zicken war, die mich schon in meiner alten Schule mit meinem Aussehen und meinem Klamottengeschmack aufgezogen hatten. Als hätte sie meine Gedanken gelesen, drehte sie plötzlich den Kopf und bedachte mich mit einem durchdringenden Blick. Ich konnte diesen Blick zwar nicht genau deuten, doch schien er meine Befürchtung zu bestätigen. Und nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, möchte ich euch meine Nachfolgerin, Rita Eisenhardt, vorstellen, riss der Cowboy-Direktor mich aus meinen Gedanken. »Cooler Name«, flüsterte Kalu mir zu. »Findest du?« gab ich zurück und dachte an die blöden Witze, die besagte Zicken auch darüber gemacht hatten. Als sie ihren Namen hörte, straffte Mama ihre Schultern, stand auf und ging mit festen Schritten über die Bühne zu ihrem Vorgänger, der ihr auch gleich das Mikrofon reichte. Nun würde sie also endlich ihre Antrittsrede als neue Schuldirektorin loswerden können. Ich hatte sie seit Tagen damit genervt, bis ich sie fast auswendig kannte. »Lieber Herr Hintergruber, liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allem natürlich liebe Schülerinnen und Schüler«, begann sie mit so lauter Stimme, dass sie eigentlich kein Mikrofon gebraucht hätte. Ich musste daran denken, dass es mir manchmal so schien, als hätte ich zwei verschiedene Mütter, eine zu Hause und eine in der Schule. Wenn ich sie nicht ständig an ihre Termine erinnerte, mich nicht um ihre Kleidung kümmerte oder dafür sorgte, dass wir Lebensmittel einkauften, würde sie wahrscheinlich die Hälfte ihrer Verabredungen verpassen, das ganze Jahr in denselben Klamotten aus dem Haus gehen und wir wären womöglich schon verhungert. Sobald sie aber eine Schule betrat, war sie nicht mehr wiederzuerkennen. Da hatte sie alles im Griff, so wie auch jetzt. In der Aula war es mucksmäuschenstill. Jeder hörte ihr zu. Frau Listig, die ganz am Rand saß, hatte sich Mama zugewandt, sodass ich ihr Gesicht sehen konnte. Hatte sie auf der Bühne noch einen traurigen Eindruck gemacht, so betrachtete sie Mama nun mit einem fast wütenden Blick. Und als Mama schließlich sagte, dass sie die Schule im Sinne des scheidenden Direktors weiterführen wolle, schüttelte die alte Sekretärin sogar den Kopf. Wenn sie so war, wie sie schaute, konnte ich mir nur allzu gut vorstellen, dass die Schüler froh waren, sie loszuwerden. In dem Augenblick, in dem Mama ihre Rede beendete, sprang der Lehrer mit den langen Haaren auf die Bühne. Er legte ihr den Blumenkranz um den Hals, worauf Mamas Mund aufklappte und sie ihn nur verdattert ansah, während er auf sie einredete. Was er dabei sagte, war nicht zu verstehen. Ich glaubte aber, nur die Worte »Karma und Frieden« herauszuhören. »Wer ist das?« raunte ich Kalu zu. »Jesus.« »Wer?« »Heißt eigentlich Jasper Globuli. Hat aber noch nicht mitbekommen, dass die Zeit der Hippies vorbei ist.« »Ist er auch unser Lehrer?« Kalu nickte. »Englisch und Naturkunde ist unser Klassenlehrer.« Ich ließ mich gegen die Stuhlehne fallen und sagte leise, »Jesus ist mein Klassenlehrer. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen.« Der Direktor trat wieder an das Rednerpult. »Liebe Frau Eisenhardt, vielen Dank für Ihre, äh, interessante Rede. Und uns freut natürlich besonders, dass Sie auch Ihren Sohn Mick als neuen Schüler mitgebracht haben.« Mama öffnete den Mund, um zu widersprechen, doch Herr Hintergruber ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Das war also mein letzter Auftritt, liebe Schulgemeinschaft,« fuhr er ohne Luft zu holen fort. »Doch wie sagt schon ein altes Indianer Sprichwort, »Wenn dein Pferd tot ist, dann steig ab.« »Doch ich steige nicht ab, sondern ich steige nur um, und zwar auf meine Ranch.« »Ich würde mich freuen, wenn er mich dort einmal besucht.« »Jippie, jippie, jippie,« brüllten die Schüler zurück. »Ich konnte selbst kaum glauben, dass auch ich mitbrüllte.« »Wir erhoben uns.« »Und jetzt?« »Wollte ich von Kalou wissen.« »Unterricht?« Ich seufzte. »Wir ich nicht draufgekommen. Wo ist unser Klassenzimmer und was für ein Fach haben wir?« Kalou sah mich mit einem seltsamen Blick an. »Mathe, komm einfach mit.« Während ich Kalou durch das alte, aber gemütlich wirkende Schulgebäude folgte, fragte ich mich, was mich in meiner neuen Klasse erwarten würde. »Verrückter konnte es ja wohl kaum noch werden.« Doch da sollte ich mich gewaltig täuschen. Zweites Kapitel Jesus und der Mathecoach Als ich in unseren Klassenraum kam, erschrak ich so sehr, dass ich gleich wieder einen Schritt zurückwich. Die restlichen acht Schüler hatten sich in einem Halbkreis aufgestellt und musterten mich von Kopf bis Fuß. »Hi, ich bin Mick«, sagte ich, weil mir nichts Besseres einfiel. Der große Junge, der mir schon in der Aula aufgefallen war, kam einen Schritt auf mich zu und lächelte mich an. »Hi, Mick. Ich bin Luca, der Klassensprecher.« »Luca und Kalou?« Seltsam. Mir lag schon ein Spruch auf der Zunge, aber ich konnte mich gerade noch beherrschen. Schließlich wollte ich wegen meiner großen Klappe nicht gleich unangenehm auffallen. »Und ihr?«, fragte ich stattdessen in die Runde. Luca zeigt auf einen kleinen, dünnen Jungen mit dunkelbraunen, fast schwarzen Augen. »Das ist Aydin, unser Professor. Er weiß alles und kann alles erklären. Wenn du im Unterricht mal was nicht kapierst, frag ihn einfach.« Aydin zwinkerte mir zu und grenzte mich breit an. Ich nickte. »Danke für den Tipp. Wie ich mich kannte, würde ich ihn sicher öfter fragen müssen, als mir lieb war.« »Und das ist Ludmilla?«, fuhr Luca fort, während er auf ein Mädchen mit rotem Wuschelkopf zeigte. »Wenn sie dich mal im Netz zu einem Spiel auffordert, vergiss es. Sie ist der beste Gamer von uns. Gegen sie hat noch nie jemand gewonnen.« Ludmilla zuckte mit den Schultern. »Käme auf einen Versuch an.« Neben ihr stand ein blasses Mädchen. Ihre Augen, aber auch ihre Kleidung erinnerten mich an eine Figur aus einem japanischen Manga. »Ich liebe Mangas«, sagte das Mädchen unvermittelt mit einem Kichern, als hätte sie meine Gedanken gelesen. Luca grinste. »Und sie kann auch super zeichnen. Das ist übrigens Lisa.« Noch während Luca über Lisa redete, fiel mir auf, dass ich von einem Mädchen mit großen Brillengläsern kritisch beäugt wurde. »Und du?« fragte ich sie. Als hätte sie sich erschreckt, zuckte sie zusammen. »Ich bin Betty«, antwortete sie zögernd. »Findest du es gut hier?« fragte sie dann. »Und wo hast du denn die Jacke gekauft?« »Die finde ich cool.« »Und warum?« »Typisch, Betty«, stöhnte Luca mit einem Grinsen. »Sie will immer alles ganz genau wissen«, wandte er sich dann erklärend an mich. »Außerdem spielt sie drei Instrumente«, erklärte Aydin. »Echt?« Betty nickte. »Querflöte, Klavier und Schlagzeug.« Bevor ich darauf etwas sagen konnte, kam ein schlachsiges Mädchen auf mich zu, das mich um einen halben Kopf überragte. Sie streckte mir selbst sicher die Hand hin. »Ich bin Bella. Hast du Lust, eine Theatergruppe zu gründen?« »Theater?« fragte ich verdattert. »Sie will Schauspielerin werden und nervt jeden mit ihrer Theatergruppe«, antwortete Luca und konnte sich mal wieder ein Grinsen nicht verkneifen. Bella zog bedauernd eine Augenbraue hoch und seufzte. »Aber leider will keiner mitmachen.« Plötzlich schlug mir jemand so heftig auf die Schulter, dass ich einen Schritt nach vorne stolperte und fast in Lukas Armen gelandet wäre. »Bulli, pass doch auf«, rief Luca. »Du brichst ihm ja alle Knochen.« Ich fuhr herum und musste hochsehen. Vor mir stand ein Riese. Er war wohl erst nach mir in die Klasse gekommen. »Entschuldigung«, brummte der Riese. »Ich wollte dir nicht wehtun.« »Ich bin Timo, aber alle nennen mich nur Bulli.« »Der Name passt«, sagte ich nur und rieb mir meine Schulter. »Ich bin Mick.« »Cool«, meinte Bulli. »Dann sind wir endlich genauso viele Jungen wie Mädchen.« Ich sah zu Kalou, aber da er nichts sagte, musste ich den Eltern wohl aufklären. »Sorry, aber ich bin ein Mädchen.« Luca riss überrascht die Augen auf. »Hä? Ich dachte, du wärst ein Junge.« »Dochte ich auch erst«, meinte Kalou. »Und warum heißt du dann Mick?«, fragte die neugierige Betty. Ich seufzte. »Es war eine Verwechslung. Mein Vater war bei meiner Geburt nicht dabei und eine Krankenschwester hat ihm gesagt, er hätte einen Sohn bekommen. Darum hat er mich gleich als Mick angemeldet. Als er dann erfahren hat, dass ich ein Mädchen bin, wollte er mich nicht mehr ummelden. »Finde ich aber doof«, meinte das blonde, in pink gekleidete Mädchen und sah mich wieder mit diesem seltsamen, durchdrängenden Blick an. Sie war die Einzige, deren Namen ich noch nicht erfahren hatte. Gerade wollte ich sie danach fragen, da wurde hinter mir die Tür aufgerissen und jemand brüllte, »Was ist denn das für ein Sauhaufen hier?« Ehe ich mich's versah, stoben meine neuen Klassenkameraden wie aufgescheuchte Hühner auseinander und rannten durch den Klassenraum zu ihren Plätzen. Kalou nahm meine Hand und zog mich hinter sich her zu seinem Platz. »Was ist denn los?«, kurchte ich. »Der Coach«, raunte Kalou mir zu und nickte in Richtung Türrahmen. Dort entdeckte ich einen Mann. Er war nicht ganz so groß wie Bulli, dafür aber noch ein wenig breiter. Seine Glatze war spiegelblank und auf seiner Nase trug er eine kleine, randlose Brille, durch die er Luca musterte. »Ist die Mannschaft vollzählig erschienen und fit für den Rest der Saison, Käpt'n Luca?« »Wir haben sogar Zuwachs bekommen, Coach«. Der Mann mit der Glatze sah sich in der Klasse um und entdeckte schließlich mich. »Genau, der Sohn der neuen Direktorin.« »Tochter«, brachte ich heraus. Der Mann, den die anderen offensichtlich Coach nannten, zog eine Augenbraue über seine Brille. »Tochter also, das ist unerheblich. Wichtiger ist, dass wir es fast geschafft haben. Einer fehlt noch.« Ich hatte keine Ahnung, wovon er redete und das sah man mir wohl auch an. Der Coach zog einen Mundwinkel nach oben. »Eine Fußballmannschaft besteht immer aus elf Spielern. Bist du Fußballfan?« »Geh, geht so«, antwortete ich vorsichtig. »Wert sich ändern, garantiert.« »Stimmt's, Mannschaft?«, rief er in die Klasse hinein. »Ja, Coach«, riefen die anderen wie aus einem Mund zurück. »Alles klar, und jetzt will ich unser Mannschaftslied hören.« »Auf geht's, Mannschaft, schießt ein Tor, schießt ein Tor, schießt ein Tor.« Erklang es aus neun Kehlen in einer Lautstärke, dass ich kurz davor war, mir die Ohren zuzuhalten. Die anderen holten schon Luft, um die zweite Strophe anzustimmen. Da stürmte Jesus, unser Klassenlehrer, mit wehender Haarmähen in unsere Klasse und schaffte es gerade noch, vor dem Coach zu bremsen. »So geht das nicht, Hajo«, rief er dann keuchend. »Das habe ich dir schon hundertmal gesagt. Wir sind hier in der Schule und nicht auf dem Fußballplatz.« »Und ich habe dir schon hundertmal gesagt, dass Teamgeist und Disziplin wichtig sind. Und das lernt man beim Fußball am besten.« »Das sind aber keine Fußballer, sondern Schüler, Hajo.« Ich warf einen verstohlenen Blick zu Kalou. In seinem Gesicht zuckte es, als versuchte er krampfhaft, ein Lachen zu unterdrücken. »Du weißt genau, wie ich diesen Fußballjargon verabscheue, Hajo«, rief unser Klassenlehrer. Dann wandte er sich an uns und breitete die Arme aus. So erinnerte er mich tatsächlich an den Jesus aus dem uralten Bibelfilm, den ich mir jedes Jahr zu Ostern mit Opa und Oma ansehen musste. »Kinder«, sagte er dann mit sanfter Stimme. »Ich habe es auch euch schon oft gesagt. Ihr müsst hier keine Fußballlieder singen. Dies ist eine Schule und kein Sportplatz.« »Du bist ja nur neidisch, weil du keinen Ball gerade ausschießen kannst«, rief der Coach. Unser Klassenlehrer fuhr herum und öffnete den Mund, als wolle er etwas sagen. Doch dann winkte er nur genervt ab und verließ kopfschüttelnd und leise murmelnd den Raum. Einen Augenblick lang war es still in der Klasse, doch dann hörte ich aus jeder Richtung leises Glucksen und Kichern. Ich bemerkte, als ich mich umsah, dass nicht nur Kalou, sondern alle einschließlich des Coaches breit grinsten. »Es ist erstaunlich«, sagte er dann. »Es funktioniert jedes Mal. Ich frage mich, wann er endlich begreift, dass wir ihn auf den Arm nehmen.« »Dann war das alles nur Spaß?«, rief ich ungläubig, leider etwas zu laut aus. Der Coach sah Luca strafend an. »Habt ihr es, er denn nicht gesagt?« Luca schüttelte den Kopf. »Dazu sind wir nicht mehr gekommen. Tut mir leid«, fügte er dann in meine Richtung hinzu. Ich seufzte. »Jetzt kapier ich überhaupt nichts mehr.« Als der Coach auf mich zukam, zuckte ich erschrocken zurück. Doch der lächelte mich an und gab mir die Hand. »Willkommen, Mick. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied in unserer kleinen Schule. Ich bin Hajo Schmitz, euer Mathematiklehrer. Du darfst mich aber gern Coach nennen,« fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu. »Und was sollte das gerade?«, traute ich mich endlich zu fragen. Auf dem Gesicht von Coach Schmitz erschien ein breites Grinsen. »Jasper Globuli und ich kennen uns schon ewig und sind gute Freunde. Außerdem bin ich ein großer Fußballfan, er aber überhaupt nicht. Darum haben wir uns diesen kleinen Spaß ausgedacht, um ihn zu ärgern.« »Gut, er fällt jedes Mal drauf rein«, ergänzte Bella kichernd. Da sie Schauspielerin werden wollte, schien ihr das Fußballtheater besonders viel Spaß zu machen. Coach Schmitz klatscht in die Hände. »Also gut.« Dann anpfiff zur ersten Mathestunde nach den Osterferien. »Ich hoffe, ihr habt euch ein wenig fit gehalten. Außerdem solltet ihr euch überlegen, was ihr bis zu den Sommerferien gerne in Mathe lernen wollt.« »Können wir uns das etwa aussuchen?«, rutschte es mir heraus. Unser Mathelehrer nickte. »Das ist der Vorteil, wenn man in einer kleinen Klasse unterrichtet. Da du ja vor den Ferien noch nicht dabei warst, kannst du dir bis zur nächsten Woche überlegen, was du in Mathe noch nicht verstanden hast und gern beigebracht haben möchtest. Spielst du lieber im Sturm oder in der Abwehr?« »Wie?« »Gut in Mathe ist Sturm, schlecht in Mathe ist Abwehr«, raunte Kalou mir zu. »Gibt es noch was hinter der Abwehr?«, fragte ich. »Nur noch den Torwart.« »Dann nehme ich den.« »Für Mathematik hatte ich ungefähr so viel Begabung wie eine Kuh fürs Schlittschuhlaufen.« Mein neuer Mathelehrer fuhr sich mit der Hand über seine Glatze. Dann zwinkerte er mir zu. »Okay, verstanden.« »Aber wie mein alter Fußballtrainer immer zu sagen pflegte, man soll den Gegner nicht unterschätzen, aber auch keine Angst vor ihm haben.« Während der restlichen Mathematikstunde erzählte jeder aus meiner neuen Klasse Herrn Schmitz, was er in Mathe noch nicht kapiert hatte. Da es völlig unterschiedliche Dinge waren, rechnete ich damit, dass unser Mathelehrer sich nicht auf alles einlassen konnte. Doch er notierte sich die Wünsche seiner Schüler, nickte jedes Mal, wenn jemand fertig war und meinte, »Das kriegen wir hin.« »Meint er das ernst?« raunte ich Kalou irgendwann zu. Der nickte. »Der Coach schafft das. Bei ihm kapiert jeder Mathe. Früher oder später.« Wieder seufzte ich. »Bis jetzt hat er mich auch noch nicht kennengelernt.« Mit den Pausenläuten wandte Herr Schmitz sich noch einmal an mich. »Und du, Mick, denk bitte daran, dass du dir bis zur nächsten Woche überlegst, was du gerne in Mathe noch mal erklärt haben möchtest.« »Wie wäre es mit Addieren und Subtrahieren?« sagte ich, allerdings so leise, dass er es nicht hören konnte. Auf dem Weg zum Pausenhof lief ich wieder hinter Kalou her. Als der Coach in die Klasse gekommen war, hatte er mich zu seinem Platz gezogen und ich hatte mich, ohne zu überlegen, neben ihn gesetzt. Aber ich musste feststellen, dass ich dort auch gern sitzen bleiben wollte. Ihn hatte ich in meiner neuen Schule als ersten getroffen und ich hatte das Gefühl, dass ich mit ihm keinen Ärger bekommen würde. Das galt allerdings auch für die anderen Leute aus meiner Klasse. Mit einer Ausnahme, das blonde Mädchen. Sie war nach wie vor die Einzige, deren Namen ich bisher noch nicht kannte. Ich hoffte sehr, dass sie nicht der faule Apfel war, der mir das Leben in meiner neuen Klasse vermiesen würde. Kurz bevor wir den Pausenhof erreichten, überholte uns Luca. »Wir treffen uns am Stammplatz. Wir müssen noch ein paar Sachen besprechen«, sagte er im Vorbeigehen. »Stammplatz?«, fragte ich Luca. Luca. Der nickte. »Auf dem Pausenhof. Jede Klasse hat einen. Komm einfach mit.« Luca führte mich zu einer großen Kastanie in einer Ecke des Pausenhofs, wo sich schon der größte Teil meiner Klasse versammelt hatte. Ich stellte fest, dass Gruppen von Schülern auch aus den anderen Klassen zusammenstanden und sich unterhielten. Andere spielten Fußball oder schlenderten zielos herum. Mir fiel ein niedriges Holzhaus am Rande des Schulgeländes auf. »Gehört das auch zur Schule?« Luca folgte meinem Blick. »Ja, das ist die Werkstatt.« »Das Reich vom Coach. Er ist auch unser Werklehrer.« »Und was macht ihr da so?« »Alles Mögliche.« Bevor ich nachfragen konnte, kam das Mädchen in pink auf uns zu und blieb dicht vor mir stehen. »Ich muss mit dir reden«, sagte sie mit ernster, fast wütender Miene. In meinem Bauch breitete sich ein ausgesprochen unangenehmes Gefühl aus. »Meinetwegen«, erwiderte ich trotzdem, so beiläufig ich konnte. Drittes Kapitel Nummerierte Schüler und eine verknotete Lehrerin Das Mädchen musterte mich mit schiefgelegtem Kopf und mit zusammengezogenen Augenbrauen, sagte aber nichts. So starrten wir uns eine Weile schweigend an. Auch Luca gesellte sich zu uns. Ich holte tief Luft. »Willst du mit mir reden oder nur gucken?« fragte ich bissiger, als ich eigentlich wollte. Sie kam noch ein Stück näher und stand nun so dicht vor mir, dass sich unsere Nasen fast berührten. »Ich wollte dir nur sagen, dass du dich jederzeit an mich wenden kannst.« Sie flüsterte dabei fast. »Wie?« rief ich so laut, dass sie erschreckt einen Schritt zurückwich. »Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich dir helfen werde, wenn dich jemand hänselt oder diskriminiert.« »Pink«, stöhnte Luca auf. »Mick muss weder gerettet noch beschützt werden. Sie gehört zu keiner bedrohten Tierart.« »Aber zu einer Minderheit«, entgegnete sie. »Und Minderheiten werden immer diskriminiert.« Nun kapierte ich gar nichts mehr. »Zu welcher Minderheit soll ich denn gehören?« »Glaubst du, dass es viele Mädchen gibt, die einen jungen Namen haben und auch noch für einen Jungen gehalten werden?« entgegnete das Mädchen mitfühlend. »Ich schüttelte den Kopf.« »Dann gehörst du zu einer Minderheit.« »Und du heißt Pink?« fragte ich, um das Thema zu wechseln. »Ist dir Spitzname?« antwortete Kalou, der nun auch zu uns geschlendert kam. »Wegen ihrer Lieblingsfarbe«, ergänzte ich. »Wir bist du da nur drauf gekommen?« rief Pink lachend. »Eigentlich heiße ich Johanna, aber ich mag meinen Namen nicht.« »Ich meine auch nicht«, Kalou zuckte mit den Schultern. »Wieso?« fragte Luca mit Unschuldsmine. »Karlutwig?« »Ist doch sehr schön.« »Nenn mich nicht so«, zischte Kalou mit zusammengebissenen Zähnen. »Karlutwig?« Ich musste mir ein Lachen verkneifen. »Das ist dein richtiger Name?« Kalou nickte mit düsterer Miene. »Haben mir meine Eltern gegeben.« »Echt?« »Ich dachte immer, die Namen vergibt der Klapperstorch.« Nun konnte auch Kalou nicht mehr ernst bleiben. »Nee, der bringt die Babys.« Als wir dann gemeinsam den restlichen Weg zur Kastanie zurückliefen, stellte ich zufrieden fest, dass es in meiner neuen Klasse offensichtlich keinen faulen Apfel gab. Noch kannte ich sie nicht gut genug, um sicher zu sein. »Warum sollten wir uns denn hier treffen?« wollte ich von Luca wissen, als wir uns unter dem Baum versammelt hatten. »Du brauchst noch eine Nummer.« »Wie?« »Was für eine Nummer?« »Für unsere WhatsApp-Gruppe«, antwortete Pink und hielt mir wie zur Erklärung ihr pinkfarbenes Smartphone vor die Nase. »Für die Gruppe hat jeder von uns eine Nummer bekommen,«, erklärte Luca weiter. »Du hast sicher die Nummer eins, oder?« unterbrach ich jenen, worauf ich von allen Seiten ein Kichern hörte, während Luca rot anlief. »Nur, weil ich Klassensprecher bin,« sagte er dann fast entschuldigend. »Ich habe da auch kein Problem mit,« versicherte ich schnell und ärgerte mich wieder einmal über meine große Klappe. »Wer hat denn sonst welche Nummer?« »Professor Aydin ist die zwei, Ludmilla, unser Computerfreak, die drei, Manga Lisa hat die vier, unsere Schauspielerin Bella ist die Nummer fünf, Kalou die sechs, die neugierige Betty hat die sieben, Bully ist unsere acht und Pink schließlich ist Nummer neun. »Also habe ich die zehn,« ergänzte ich. »Damit bin ich nicht einverstanden,« rief Pink, worauf alle sie erstaunt ansahen. »Warum nicht?«, fragte Luca dann nach. »Sie gehört sowieso zu einer Minderheit. Wenn sie nun auch noch die letzte in der Liste ist, wäre das noch ein Grund für die...« »Diskriminierung,« stöhnte Kalou auf. »Jawohl,« rief Pink trotzig. Dann sah sie auf den Schokoriegel in Kalous Hand. »Und du solltest weniger von diesem ungesunden Zeug futtern,« sagte sie dann streng. Kalou verschluckte sich prompt und bekam einen Hustenanfall. Luca seufzte. »Dann soll Mick meinetwegen die neun bekommen und du die zehn, Pink.« Jetzt nickte sie zufrieden. »Dann sind wir jetzt zweistellig,« rief Professor Aydin. »Cool!« Kurz darauf war die Pause vorüber und wir gingen gemeinsam zurück in unsere Klasse. »Was haben wir denn jetzt?«, fragte ich Kalou und nahm mir gleichzeitig vor, mir von ihm den Stundenplan geben zu lassen. Kalou ließ einen tiefen Seufzer hören. »Fräulein Ling, Deutsch.« »Fräulein?«, fragte ich. Kalou nickte. »Soll sie dir selbst erzählen?« Ich gab mich damit zufrieden. Wahrscheinlich hätte er für die Erklärung einen vollständigen Satz sagen müssen. Als wir in unseren Klassenraum kamen, saßen alle anderen auch schon auf ihren Plätzen und blickten uns, vor allem aber mich, erwartungsvoll an. Auf dem ein oder anderen Gesicht konnte ich ein verschmitztes, fast hinterhältiges Lächeln entdecken. Ich schaute an mir herunter. »Ist was?«, fragte ich in die Runde. »Nö«, meinte Kalou nur. Ich fragte nicht weiter nach und wollte Kalou zu meinem Platz folgen. »Setz dich noch nicht!«, rief Luca mir zu. Ich blieb stehen und sah ihn verwundert an. »Warum nicht?« »Du musst unsere Lehrerin noch reinlassen.« Wie auf ein Stichwort klopfte es. Ich drehte mich zur Tür um, die ich zugezogen hatte, da ich als Letzte in die Klasse gekommen war. Ich hatte noch nie erlebt, dass Lehrer anklopften, bevor sie zum Unterricht kamen. Allerdings wunderte mich an dieser Schule mittlerweile gar nichts mehr. Das dachte ich jedenfalls. Ich öffnete lächelnd die Tür, doch da stand niemand. Ich schaute auf den Flur vor der Klasse nach, konnte aber auch dort weder eine Lehrerin noch sonst jemanden entdecken. Dafür hatte sich das Kichern hinter meinem Rücken in leises, aber deutlich hörbares Lachen und Pusten verwandelt. Ich fuhr herum. Was soll? Wieder klopfte es. Doch dieses Mal konnte ich deutlich hören, woher es kam. Aus einem Schrank, der neben der Tafel stand. »Habt ihr eure Lehrerin etwa in den Schrank gesperrt?« rief ich fassungslos. Unschuldige Minen und allgemeines Kopfschütteln waren die Antwort. »Mach einfach den Schrank auf, dann weißt du es.« Da klopfte es zum dritten Mal. Das hatte mir gerade noch gefehlt. So wie es aussah, war jemand in dem Schrank eingesperrt. Und da alle Schüler auf ihren Plätzen saßen, konnte es nur ein Lehrer oder eine Lehrerin sein. Von dem oder besser von der ich mir wahrscheinlich einen Rüffel einfangen würde. Ich hob ergeben die Hände, seufzte und zog langsam die Schranktür auf. Als ich hineinsah, erschrak ich so sehr, dass ich laut aufschrie und zwei Schritte zurückwich. Der Schrank war in mehrere Fächer unterteilt. Aus einem der Fächer lächelte mich das Gesicht einer Frau an, die, soweit ich erkennen konnte, aus Asien stammte. Das wäre ja schon seltsam genug gewesen. Was mich aber wirklich erschreckte, waren die Arme und Beine, Hände und Füße, die um das Gesicht herum aus dem Schrankfach lugten. »Herzlich willkommen an unserer kleinen Schule, Mick. Mein Name ist Ling. Ich bin zwar Chinesin, aber auch deine Deutschlehrerin. Ich danke dir, dass du mich aus dem Schrank befreit hast,« fügte sie dann noch mit einem leichten Kopfnicken hinzu. In dem Augenblick brach hinter mir brüllendes Gelächter aus, während erst die Arme, dann die Beine und schließlich der Kopf von Frau Ling aus dem Schrank herauskamen. Zum Glück war alles noch an einem Stück. Als sie schließlich vor mir stand, erkannte ich, dass sie kaum größer und mindestens so dünn war wie ich. »Wie haben Sie das gemacht?«, brachte ich heraus. Fräulein Ling bedachte mich mit einem geheimnisvollen Lächeln. »Ich war nicht immer Deutschlehrerin. Bevor ich in den Schuldienst gegangen bin, habe ich als Akrobatin im chinesischen Staatszirkus gearbeitet. Dort wurde ich immer als Fräulein Ling angekündigt. Darum nenne ich mich immer noch so.« »Akrobatin?«, fragte ich verdattert. »Ja, als Schlangenmensch. Das ist zwar nicht die offizielle Bezeichnung, aber sicher weißt du, was damit gemeint ist.« »Klar, das sind doch die Leute, die sich verknoten können und in den kleinsten Raum passen,« erwiderte ich, ohne nachzudenken. Fräulein Ling nickte immer noch lächelnd. »Zum Beispiel in das Fach eines Schranks.« »Wie sind Sie überhaupt da reingekommen?« »Auch wir Lehrer haben einige Geheimnisse, die wir nicht verraten,« antwortete Fräulein Ling freundlich lächelnd. »Und nun setz dich bitte auf deinen Platz. Ich möchte mit dem Unterricht beginnen.« »Sauer?«, fragte Kalou flüsternd, als ich mich auf den Stuhl neben ihm fallen ließ. »Nee, schon okay. Ich hab mich nur total erschreckt.« Kalou nickte. »Das macht sie mit jedem Neuen. Bin dabei fast in Ohnmacht gefallen.« »Worüber redest du, Kalou? Hast du mir etwas mitzuteilen?« fragte unsere doch recht spezielle Deutschlehrerin plötzlich. Kalou zuckte zusammen. »Nee, nix.« »Wie bitte?« »Nein, nix«, sagte Kalou, wobei er die Worte besonders deutlich aussprach. Fräulein Ling seufzte. »Kalou, wie oft soll ich dich noch bitten, in ganzen Sätzen zu reden, also?« »Nun war ich es, die sich ein Grinsen verkneifen mußte.« Kalou holte tief Luft. »Nein, nicht zu sagen.« Der Seufzer wurde noch ein wenig lauter, und wieder war leises Lachen in der Klasse zu hören. »Nein, ich habe Ihnen nichts mitzuteilen, Fräulein Ling,« verbesserte ihn unsere Deutschlehrerin, wobei sie jedes Wort betonte. Kalou nickte. »Stimmt.« Fräulein Ling schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn, während sich das leise Lachen in ein brüllendes Gelächter verwandelte. Der Deutschunterricht, der dann folgte, gefiel mir gut. Fräulein Ling war eine Lehrerin, die viel lächelte. Es sei denn, Kalou nervte sie mit seinen halben Sätzen. Nach der Stunde bei Fräulein Ling durften wir zu meiner Überraschung nach Hause gehen. »Das ist am ersten Tag nach den Ferien immer so,« erklärte Luca mir auf dem Heimweg. Während Kalou in dem Hausmeisterhaus neben der Schule wohnte, hatten Luca, Pink und ich festgestellt, dass wir ein Stück gemeinsam gehen konnten. »Damit wir uns nach den Ferien langsam an die Schule gewöhnen können,« ergänzte Pink. »Finde ich cool,« sagte ich. Pink nickte. »Wir auch.« Kurz darauf trennten sich unsere Wege. Während ich ihnen nachsah, dachte ich an meine Angst, in meiner neuen Schule würde es mir nicht besser gehen als in meiner alten. Doch diese Befürchtung hatte sich nicht bestätigt. Noch nicht jedenfalls. Viertes Kapitel English Game und Kunstkarate Wie nicht anders zu erwarten, war Mama noch nicht zu Hause. Bestimmt hatte sie an ihrem ersten Schultag mehr zu tun gehabt als ich. Ob er wohl auch so anstrengend für sie gewesen war wie für mich? Ich ging zum Kühlschrank, um nachzuschauen, was er noch hergab, das sich zu einem Mittagessen verarbeiten ließ. Ich öffnete die Tür und stieß einen Seufzer aus. »Milch, Mineralwasser und Joghurt. Wie soll daraus bitte ein Mittagessen werden?« Ich setzte mich an den Küchentisch und schrieb einen Einkaufszettel für Mama. Gerade als ich damit fertig war, hörte ich, wie ein Schlüssel im Schloss der Eingangstür herumgedreht wurde. Wenige Augenblicke später stand Mama in der Küche. Doch als ich ihr Gesicht sah, erschrak ich fast. »Was ist mit dir, Mama, alles okay?« Sie zuckte zusammen und schaute mich an, als hätte sie mich jetzt erst bemerkt. »Wie? Ja, sicher. Was soll mit mir sein?« »Ich weiß nicht. Du hast so ein ernstes Gesicht gemacht, als wäre etwas Schlimmes passiert.« Sie schüttelte schnell den Kopf. »Nein, nein, alles in Ordnung. Ich habe mich nur über diese Frau listig geärgert.« »Warum?« Auf Mamas Stirn erschien eine senkrechte Falte zwischen ihren Augenbrauen. Die kannte ich nur zu gut. Die bekam ich jedes Mal zu sehen, wenn sie sauer auf mich war. »Sie hat mir doch wahrhaftig zum Abschied gesagt, dass sie mir nicht zutraut, die Schule so gut zu leiten wie der alte Schuldirektor.« Ich winkte ab. »Mach dir nichts draus. Sie hatte heute ihren letzten Tag, also kann sie dir nichts mehr anhaben.« Mama nickte nachdenklich. »Hoffen wir's.« Dann zeigte sie auf den Küchentisch. »Was schreibst du da?« »Einen Einkaufszettel. In unserem Kühlschrank würde sogar eine Maus verhungern.« Die Wutfalte verschwand und ein Lächeln erschien auf ihren Lippen. »Dann lass uns gleich zum Supermarkt fahren.« »Ich habe Hunger und deinen Magen höre ich auch bis hierhin knurren.« »Wir könnten doch vorher ein Burger essen gehen,« schlug ich vor, allerdings mit wenig Hoffnung, dass Mama damit einverstanden war. »Burger?« Sie vorzog auch gleich den Mund. »Du weißt doch, dass ich dieses ungesunde...« Dann stockte sie und schüttelte den Kopf. »Ach, was soll's, meinetwegen.« Sie war einverstanden. Das musste ich rot im Kalender anstreichen. Schnell stand ich auf, bevor sie es sich noch anders überlegte. Mama hielt ihr Versprechen zwar, aber sie schien es zu bereuen. Jedenfalls kaute sie missmutig auf ihren Pommes herum, während ich meinen Mund gar nicht weit genug aufreißen konnte, um meinen Burger zu verschlingen. »Vor dem Einkaufen könnten wir uns noch ummelden,« schlug ich zwischen zwei Bissen vor. Mama sah mich mit großen Augen an. »Ummelden? Was sollen wir denn ummelden?« Ich seufzte. »Wir sind umgezogen, also müssen wir zum Rathaus gehen und uns hier mit unserer jetzigen Adresse anmelden.« Mama nickte abwesend. »Ach ja, richtig.« In den Osterferien hatten wir erst unsere neue Wohnung bezogen. Wir hatten Glück gehabt. Obwohl wir mitten in der Stadt wohnten, hatten wir einen eigenen Garten mit Terrasse. Mir gefiel sie sehr gut. Auf jeden Fall fand ich sie besser als unsere letzte Wohnung. Das hatte vielleicht auch damit zu tun, dass wir sie bezogen hatten, nachdem Mama und Papa sich getrennt hatten. Die beiden verstanden sich trotzdem noch sehr gut. Allerdings bekam ich Papa nur selten zu Gesicht, weil er fast immer im Ausland arbeitete. »Du hast noch gar nicht erzählt, wie es dir in der neuen Schule gefällt,« wollte sie dann wissen. »Ganz gut,« antwortete ich vorsichtig. »Und dir?« »Auch gut, sehr sogar. Obwohl die Kollegen...« »Die sind schon ein bisschen verrückt, oder?« ergänzte ich. Mama lachte auf, allerdings. »Aber auch sehr nett.« »Hoffentlich bleibt das so.« Mama sah mich an, nahm meine Hand und drückte sie. »Bestimmt.« Dann fiel der Blick auf ihren Teller, auf dem der Burger immer noch darauf wartete, verspeist zu werden. Mit einem Seufzer schob sie ihn über den Tisch in meine Richtung. »Ich bekomme das Zeug einfach nicht runter. Magst du meine Portion auch noch essen?« Es gibt Fragen, auf die ich immer mit »Ja« antworte. Am nächsten Tag wartete schon in der ersten Schulstunde wieder eine Überraschung auf mich. Leicht nach vorne gebeugt, schlurfte unser Klassenlehrer Jesus ins Klassenzimmer, hob die Hand, wobei er Zeige und Mittelfinger spreizt und meinte, »Der Friede sei mit euch, Freunde.« »Und mit Ihnen, Herr Globuli«, erklang es einstimmig aus den Reihen der Schüler. Dann ging er zu jedem Einzelnen von uns und klatschte ihn mit einem High-Five ab. Ich hatte keine Ahnung warum, macht aber mit. Offensichtlich sprach mein fragender Gesichtsausdruck Bände, denn Jesus zwinkerte mir zu und meinte dann, »Du wunderst dich sicher, warum ich das tue, Mick?« Ich nickte nur. Auf seinem Gesicht erschien ein breites Lächeln. »Ich habe mich nur dafür bedankt, dass ihr das Spiel mit dem Coach immer mitmacht.« »Spiel?«, fragte ich nun doch. »Sie wissen also, dass er es nur macht, um mich zu ärgern?«, ergänzte er und lachte laut auf. »Sicher weiß ich das. Schon von Anfang an.« Er beugte sich zu mir vor. »Eigentlich finde ich Fußball gar nicht so schlimm. Ab und zu schaue ich mir sogar ein Spiel an.« »Und warum tun Sie dann so, als würden Sie sich darüber aufregen?« »Es macht ihm noch so viel Spaß, wenn ich mich aufrege,« antwortete er immer noch lachend. »Und den will ich ihm nicht verderben. Schließlich sind wir gute Freunde und schon lange Lehrer an dieser Schule.« Dann wandte er sich an Ludmilla. »Warum hast du denn dein Equipment noch nicht aufgebaut?« Die hob die Schultern. »Ich wusste nicht, ob wir nach den Ferien weitermachen.« Jesus nickte bestimmt. »Selbstverständlich. Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir doch noch nicht einmal das erste Level geschafft.« Fassungslos beobachtete ich Ludmilla, die einen Laptop und einen Beamer aus einer großen Tasche holte und seelenruhig mitten im Klassenraum aufbaute. Jesus sah ihr lächelnd dabei zu. »Was machen wir?« wandte ich mich flüsternd an Kalou. »Spülen«, war die typische Kalou-Antwort. Zum Glück bemerkte unser Klassenlehrer, dass ich nicht den geringsten Plan hatte, was gerade passierte. Ludmilla hat uns eines ihrer Lieblingsspiele mitgebracht. »Cooles Game«, bestätigte Ludmilla, ohne von ihrer Arbeit aufzusehen. »Es ist ein Strategiespiel«, erklärte Jesus weiter. »Die Charakter haben bestimmte Aufgaben zu lösen. Dazu müssen sie Fragen stellen, die wiederum von anderen Charaktern beantwortet werden.« Ich kapierte immer noch nicht, was das mit Unterricht zu tun haben sollte, und das sah man mir wohl an. »Die Charakter unterhalten sich auf Englisch«, fuhr er mit einem schmunzeln fort. »Und ihr müsst es übersetzen.« So einen Englischunterricht hatte ich noch nie erlebt. Manchmal ging es zwar ziemlich chaotisch zu, weil wir gleichzeitig in die Klasse riefen, was die Charakter fragen oder antworten oder was sie als nächstes tun wollten, trotzdem lernte ich in der einen Stunde mehr neue Vokabeln als in meiner alten Schule in einer ganzen Woche. Die Stunde verging so schnell, dass ich fast erschrak, als es zur zweiten Stunde läutete und Jesus mit einem Abschiedswinken aus dem Klassenraum schlurfte, während Ludmilla ihr Equipment wieder abbaute. »Und was haben wir jetzt?« wollte ich von Kalu wissen, denn ich hatte mir den Stundenplan noch immer nicht abgeschrieben. Der antwortete nicht, sondern starrte nur mit einem seltsamen Blick vor sich hin. Ich stieß ihn an. »Kalu?« Er zuckte zusammen. »Hü, was?« Ich hörte ein Kichern und drehte mich zu Pink um, die hinter uns saß. Ihr Mund reichte von einem Ohrläppchen bis zum anderen. »Wir haben jetzt Kunst bei Frau Hackl,« flüsterte sie mir mit einem kurzen Blick auf Kalu zu. »Sie ist auch unsere Sportlehrerin.« Bevor ich fragen konnte, was sie damit meinte, öffnete sich die Tür und eine geradezu riesige Frau betrat die Klasse. Sie hatte ihre schwarzen Haare zu einem Dutt hochgesteckt, wodurch sie noch größer erschien. Außerdem trieb sie bestimmt Kraftsport, denn unter ihren kurzen Blusenärmeln schauten muskulöse Arme hervor. »Die scheint aber ziemlich stark zu sein,« flüsterte ich Kalu zu. »So habe ich mir eine Kunstlehrerin eher nicht vorgestellt.« »Frau Hackl,« raunte Kalu, ohne den Blick von unserer Lehrerin zu lassen. »Karate, schwarzer Gürtel.« An seiner Stimme erkannte ich, wie sehr er sie bewunderte. Doch es schien noch mehr als Bewunderung zu sein, denn plötzlich stieß er einen leisen Seufzer aus. Er wandte sich zum Fenster und sein Gesicht nahm einen verträumten Ausdruck an. Frau Hackl hatte den Seufzer offensichtlich mitbekommen, denn sie blickte zu Kalu. »Alles in Ordnung mit dir?« Mein Sitznachbar reagierte nicht, sondern starrte immer noch verträumt aus dem Fenster. Unsere Kunstlehrerin zog die Augenbrauen hoch und kam einen Schritt auf uns zu. »Kalu«, rief sie wesentlich lauter. Nun endlich hörte er es. Er sprang auf und rief, »Ja, Frau Hackl, ich bin hier. Was soll ich machen?« Wieder einmal brach in der Klasse schallendes Gelächter aus, während Kalu mit knallrotem Kopf auf seinen Stuhl zurücksank. Frau Hackl schüttelte nur den Kopf, allerdings lächelte sie dabei. »Du bist sicher Mick Eisenhardt?«, wollte sie dann von mir wissen. »Willkommen an unserer kleinen Schule. Wie du sicher schon weißt, freuen wir uns hier über jeden neuen Schüler. Ich bin Julia Hackl,« stellte sich die Lehrerin dann vor und reichte mir ihre Hand. Ich nahm sie und musste ein Stöhnen unterdrücken, denn meine Hand fühlte sich an, als hätte sie in einem Schraubstock gesteckt. Frau Hackl riss besorgt die Augen auf und ließ meine Hand gleich wieder los. »Entschuldige bitte. Manchmal vergesse ich, dass ich ziemlich viel Kraft in meinen Händen habe.« »Schon gut,« erwiderte ich und schüttelte meine schmerzenden Finger aus. »Kalu hat mir schon erzählt, dass sie einen schwarzen Gürtel in Karate haben.« »Sie kann auch Ziegelsteine zertrümmern. Mit der Handkante. Habe ich schon live gesehen,« rief Bulli begeistert. Frau Hackl schüttelte den Kopf. »Darum geht es bei dem Sport aber nicht, sondern um Disziplin und Selbstbeherrschung,« riefen alle gleichzeitig. Frau Hackl nickte. »Und um Respekt vor dem Gegner. Nun wollen wir aber mit dem Unterricht beginnen. Heute erzähle ich euch von einem Maler, der es nicht leicht im Leben hatte.« Auch dieser Kunstunterricht war so ganz anders als in meiner alten Schule. Dort hatten wir immer nur Bilder zeichnen müssen. Doch Frau Hackl erzählte uns so spannend von dem Maler, der als armer Mann gestorben war, dessen Bilder aber heute viele Millionen Euro wert waren, dass ich überhaupt nicht merkte, wie die Zeit verging. Sie zeigte uns Bilder von ihm und erklärte uns, was das Besondere an seiner Art zu malen war. »Und beim nächsten Mal könnt ihr versuchen, so zu malen wie er,« sagte sie, als es schließlich zur Pause läutete. »Aber macht euch nichts draus, wenn es nicht klappt. Unser Maler hat schließlich fast sein ganzes Leben dafür gebraucht, es zu lernen.« Als wir nach der Stunde auf dem Weg zum Pausenhof waren, fiel mir ein, dass ich Mama daran erinnern wollte, nicht zu spät nach Hause zu kommen. Wir hatten uns immer noch nicht umgemeldet. Gleichzeitig wurde mir bewusst, dass ich keine Ahnung hatte, wo ihr Zimmer war. »Ich muss kurz zu meiner Mutter,« erklärte ich Kallu. »Wo ist denn ihr Büro?« Er deutete den Gang entlang. »Bis zum Ende. Dann rückt's.« So hatte Tür. Ich zeigte ihm den erhobenen Daumen. »Alles klar. Bis gleich.« Um in Mamas Büro zu kommen, musste ich durch das Schulsekretariat. Ich stürmte hinein, blieb dann aber abrupt stehen und schrie erschreckt auf. Fünftes Kapitel Die Auserwählte und ein Berg aus Wolle Ein Wollberg kam auf mich zugerollt. Bei genauerem Hinsehen entdeckte ich, dass an einer Seite des Wollbergs eine rote Zunge hervorlugte, während das andere Ende erfreut wackelte. Gleichzeitig erschienen zwei Köpfe über einer Schreibtischplatte. Es waren ein Mann und eine Frau. Wieder entfuhr mir vor Schreck ein kurzer Schrei. Als sie sich erhoben, sah ich, dass sie beide recht breit waren und ich fragte mich, wie sie zusammen hinter den verhältnismäßig kleinen Schreibtisch gepasst hatten. »Du bist sicher Mick, oder?« fragte die Frau mit einem Schmunzeln. »Äh, ja?« brachte ich stotternd heraus. »Ich bin Margarete Dürr und das ist mein Mann Gernot,« fügte sie mit einem Kopfnicken in Richtung des Mannes hinzu. »Du darfst mich gern Maggie nennen, das tun alle hier.« »Und mich den Meister,« ergänzte der Mann mit einem breiten Grinsen. »Aber das weißt du sicher schon.« »Ja, das hat mir Kalou erzählt.« Der Familienname der beiden passte ebenso wenig zu ihnen wie unser Name zu Mama. Die beiden waren wirklich alles andere als Dürr. Dann zeigte ich auf den Wollberg. »Ist das ein Hund?« Maggie warf dem zerzausten Riesen einen liebevollen Blick zu. »Ja, das ist Wolle.« Wolle, endlich ein Name, der Sinn machte. »Gehört er Ihnen?« fragte ich Maggie. »Ursprünglich schon, aber mittlerweile gehörte er eigentlich zur Schule.« »Man sieht ja kaum, wo vorne und hinten ist,« stellte ich amüsiert fest und trat gleichzeitig wieder einen Schritt zurück. Wolle war zu mir gekommen. Wenn ich mich nicht irrte, schnüffelte der vordere Teil an mir herum, während der hintere Teil so heftig wackelte, dass ich schon befürchtete, er würde damit Frau Dürrs Schreibtisch abräumen. »Hä, ist ganz einfach,« erwiderte Herr Dürr und seine Mundwinkel verzogen sich nach oben. »Wo Futter hineingeht, ist vorne, wo es wieder herauskommt, ist hinten.« »Kernhut,« stöhnte seine Frau auf. »Du und deine blöden Sprüche!« Der Meister rieb sich die Hände. »Du hast recht, mein Schatz. Lass uns lieber weiter deinen Computer reparieren.« Er ging schon in die Knie, aber seine Frau zog ihn wieder hoch. »Nein, das werden wir ganz bestimmt nicht tun. Ich rufe einen Fachmann an. Schließlich will ich, dass mein Rechner irgendwann wieder funktioniert.« Der Meister ließ seine Schultern hängen. »Und was soll ich dann machen?« »Geh mit Wolle Gassi, bevor er noch vor den Schreibtisch pinkelt.« Seufzend zwängte sich Herr Dürr hinter dem Schreibtisch hervor und nickte Wolle zu. »Doch der wich nicht von meiner Seite.« Auch nicht, als ich vorsichtig auf die Tür zulief, die offensichtlich zu Mamas Büro führte. »Hä, Wolle!« rief Herr Dürr. »Keine Lust auf Gassi?« Seine Frau legte den Kopf schief. »Das ist ja interessant.« »Was meinen Sie?« wollte ich wissen. »Wenn Wolle das Wort Gassi hört, ist er eigentlich nicht mehr zu halten. Dich scheint er besonders gut leiden zu können. Darauf kannst du dir etwas einbilden.« Da war ich mir nicht sicher, denn gerade vor großen Hunden hatte ich eigentlich Angst. Trotzdem nahm ich allen Mut zusammen und kraulte Wolle da, wo ich seine Ohren vermutete. Der ließ daraufhin ein Geräusch hören, das sich nach einem zufriedenen Grunzen anhörte, wobei sein Hinterteil so heftig wackelte, dass es an Frau Dürrs Schreibtisch klopfte. Ich öffnete die Tür zu Mamas Büro und steckte den Kopf hinein. »Komm nicht zu spät nach Hause,« sagte ich schnell, »wir müssen uns noch ummelden.« Mama sah von dem Aktenordner auf ihrem Schreibtisch hoch und wusste offensichtlich nicht, wovon ich redete. Doch dann hältte sich ihre Mine auf. »Ummelden, richtig, das machen wir heute Nachmittag.« Mit einem leisen, »hoffentlich vergisst du es nicht,« schloss ich die Tür wieder und machte Anstalten, Frau Dürrs Büro zu verlassen. Doch Wolle versperrte mir den Weg. Da nun der mir zugewandte Teil wackelte, hatte er sich wohl umgedreht und klopfte an Mamas Bürotür. »Herein!« hörte ich ihre Stimme hinter der Tür. Ich beugte mich zu ihm hinunter und versuchte ihn von der Tür wegzuschieben. Dabei warf ich Frau Dürr einen hilfesuchenden Blick zu. »Was ist denn mit ihm?« »Er will wohl mit dir Gassi gehen?« Wie zur Antwort wackelte das Hinterteil noch ein wenig heftiger. »Aber ich darf das Schulgelände nicht verlassen,« entgegnete ich. Der Meister winkte ab. »Das ist kein Problem. Auf dem Gelände gibt es genug Bäume. Auf dem Weg nach draußen erwartete ich, dass Wolle es sich anders überlegen würde und wieder zu Kalus Eltern zurücklief. Doch er wich nicht von meiner Seite. Das änderte sich auch auf dem Pausenhof nicht. Bis ich unseren Stammplatz erreicht hatte, gab es wohl keinen Schüler an unserer Schule, der uns nicht mit seinen Blicken verfolgte. Das galt auch für meine Klassenkameraden. Kalus schüttelte ungläubig den Kopf. »Wolle und Mick? Was meinst du?« wollte ich wissen. »Wolle sucht sich immer nach den Ferien jemanden aus, den er nicht mehr aus den Augen lässt, erklärte Luca. »Und dieses Mal bist du die Glückliche, ergänzte Bella. Gibt es eigentlich ein Theaterstück, bei dem ein Hund mitspielt?« »Keine Ahnung«, entgegnete ich. »Was bedeutet es denn, dass er mich ausgesucht hat?« Meine Klassenkameraden warfen sich Blicke zu, die ich nicht deuten konnte. Luca hob die Hände, das wirst du dann schon sehen. Was Luca damit gemeint hatte, erfuhr ich schneller, als ich erwartet hatte. Da in den nächsten beiden Stunden Sport auf dem Stundenplan stand, mussten wir nach der Pause unsere Sportsachen aus dem Klassenraum holen und zur Sporthalle neben der Schule laufen. Weder auf dem Hinweg noch auf dem Rückweg wich mein neuer Freund mir dabei von der Seite. Da uns Frau Hackl auch in Sport unterrichtete, war aus Kalou noch weniger Worte heraus zu bringen als sonst. Dafür wartete Julia Hackl mit einer weiteren Überraschung auf mich. Wir sollten Volleyball spielen und brauchten zwei Mannschaften. Die wurden aber nicht gewählt, sondern unsere Lehrerin bestimmte sie. Alles andere ist diskriminierend, erklärte sie und fügte dann noch mit einem Augenzwinkern hinzu. Und das würde Pink nie zulassen. Ich wusste genau, was sie damit meinte. In meiner alten Schule waren die Mannschaften immer von zwei Schülern gewählt worden. Meist war ich die vorletzte gewesen, die dabei gewählt wurde, wenn ich Glück hatte. Wolle blieb mir für den Rest des Schultages treu. Erst nach dem Unterricht verabschiedete er sich am Schuleingang von mir, indem er mit der einen Seite wackelte und mit der anderen Seite meine Hand ableckte. So verliefen auch die nächsten Tage, während mein Respekt vor großen Hunden dem Stolz Wich Wolles Auserwählte zu sein. Aber nicht nur für Wolle änderten sich meine Gefühle. Von Tag zu Tag fühlte ich mich an meiner neuen Schule wohler. Schneller als ich es je gehofft hatte, wurden aus meinen Klassenkameraden Freunde. Fast in jeder Pause trafen wir uns an unserem Baum. Ludmilla schwärmte uns von neuen Games vor, während Lisa von den neuesten Abenteuern ihrer Manga-Lieblingshelden berichtete. Aydin war immer wieder damit beschäftigt, einem von uns zu erklären, was derjenige im Unterricht nicht kapiert hatte. Es gab auch kaum einen Tag, an dem Bella und Betty nicht darüber stritten, ob man lieber eine Band oder doch lieber eine Theatergruppe gründen sollte, obwohl sie wussten, dass wir anderen weder Theater spielen wollten, noch ein Instrument beherrschten. Pink schließlich meckerte mit Kalou, weil der in wirklich jeder Pause seine Notration verputzte, die entweder aus einem Schokoriegel oder aus Keksen bestand. Kurz gesagt, wir hatten jede Menge Spaß. Was mich aber am meisten überraschte, genauso großen Spaß machte mir auch der Unterricht. Der Coach brachte mir Sachen in Mathe bei, von denen ich geglaubt hatte, sie würden immer ein Rätsel für mich bleiben, und in seinem Werkunterricht zimmerten wir Vogelhäuser für die Bäume auf dem Pausenhof. In Englisch mussten wir viel mehr reden als schreiben. Es ist wichtiger, in einer fremden Sprache reden zu damit haben die meisten Leute nämlich viel mehr Probleme. Gerade wenn man in ein fremdes Land reist, ist das essentiell. Fräulein Ling schließlich war die freundlichste und geduldigste Lehrerin, die ich je kennengelernt hatte. Selbst wenn Kalusi nervte mit seinen berühmt berüchtigten Halbsätzen. Besonders freute ich mich darüber, dass auch Mama ihr neuer Job zu gefallen schien. Sie war viel besser gelaunt als früher und weniger schusselig, zumindest ein klein wenig. Umso überraschter war ich, als sie einige Tage später mit einer tiefen Wutfalte auf der Stirn von der Schule nach Hause in die Küche kam. Alles klar, Mama? fragte ich vorsichtig. Statt einer Antwort feuerte sie ihre Aktentasche so heftig in eine Ecke, dass ich erschreckt von meinem Stuhl aufsprang. Mama hob gleich beschwichtigend die Hände. Tut mir leid, Mick, das hat nichts mit dir zu tun. Sondern wieder erhielt ich keine Antwort. Mit einem tiefen Seufzer ließe sich auf den Stuhl mir gegenüber sinken. Ich kannte Mama gut genug, um zu wissen, dass ich warten musste, bis sie von sich aus zu reden begann. Das tat sie dann schließlich auch. Es ist damit. Ich merkte Mama an, wie schwer ihr die Antwort fiel. Sie soll geschlossen werden. Dieses Schuljahr soll das letzte sein, sagte sie dann schließlich. Ohne dass ich etwas dagegen machen konnte, klappte mein Unterkiefer herunter und ich starrte Mama mit offenem Mund an. Geschlossen? brachte ich heraus. Aber warum denn? Mama zuckte traurig mit den Schultern. Zu wenig Anmeldungen, genauer gesagt, überhaupt keine. Keine einzige? Nein, für das nächste Schuljahr ist nicht ein einziger Schüler an unserer Schule angemeldet worden. Das konnte ich nicht glauben, aber die Schule ist doch super, sie ist alt, klein und sie hat keinen besonders guten Ruf, vor allem die Lehrer. Ich musste daran denken, was Carlo mir über die Lehrer an unserer Schule erzählt hatte. Die, die ich bis jetzt kennengelernt hatte, waren tatsächlich ein bisschen verrückt. Und das war auch gut so, denn noch nie hatte mir Unterricht so viel Spaß gemacht. Seit wann weißt du es? fragte ich sie. Die Wutfalte wurde noch ein wenig tiefer. Erst seit heute Morgen. Ein Mensch vom Schulamt hat mich angerufen und mir eröffnet, ich wäre nur eingestellt worden, um die Schule zu schließen, also um alles abzuwickeln. Solange der alte Direktor noch im Amt war, wollten sie ihm das nicht antun. Aber bei mir nehmen sie nicht so viel Rücksicht. Und was hast du gesagt? Was glaubst du? Ich habe ihm die Meinung gegeicht und musste aufpassen, dass ich ihn nicht beleidige. Aber es hat natürlich nichts genutzt, fügte sie mit einem Seufzer hinzu. Und jetzt? Was wird aus uns? Die Schüler sollen in eine größere Schule in der Nähe. Und die Lehrer? Mama zog mit den Schultern. Wenn es freie Stellen gibt, gehen sie mit. Und wenn nicht, werden sie auf andere Schulen verteilt. Ich stöhnte auf. Das darf ja nicht wahr sein. Was sagen denn die anderen Lehrer dazu? Mama zögerte, bevor sie antwortete. Sie wissen noch nichts davon. Ich wäre fast aufgesprungen. Warum? Hast du es ihnen etwa nicht gesagt? Nun zögerte Mama noch länger. Sie erfahren es noch früh genug. Ich kniff die Augen zusammen und blickte sie an. Du hast dich nicht getraut, stimmt's? Mamas Blick und ihr erneuter Seufzer reichten mir als Antwort. Du musst es ihnen aber sagen und den Schülern auch, fügte ich hinzu. Mama schüttelte heftig den Kopf. Was soll das bringen? Wir können ja doch nichts dran ändern. Ich erzähle es ihnen kurz vor den Ferien. Dann haben sie Zeit genug, sich daran zu gewöhnen und sich um ihre neuen Stellen zu kümmern. Das durfte nicht wahr sein. Du willst aufgeben aufgeben? Vielleicht haben die anderen Lehrer ja eine Idee, wie die Schule doch noch gerettet werden kann. Was sollen das denn für Ideen sein, Mick? Nein, da gibt es keine Rettung. Und bitte erzähl auch deinen Freunden nichts davon. Ich protestierte noch eine Weile, aber Mama ließ nicht mit sich reden. Sie wollte nichts sagen und auch ich muss dir hoch und heilig versprechen, den Mund zu halten. Sechstes Kapitel Wolle muss draußen bleiben Obwohl ich es am Abend noch einmal versuchte, änderte Mama ihre Meinung nicht. So wusste ich nicht, ob ich eher wütend oder traurig sein sollte, als ich am nächsten Morgen zu der Schule kam, die es nur noch ein paar Monate geben sollte. Zitronen zum Frühstück begrüßte mich Kalou am nächsten Morgen. Wie? Dein Gesicht. Du siehst tatsächlich so aus, als würdest du dir gleich auf die Unterlippe treten, meinte Pink, bevor ich darüber rätseln musste, was Kalou mit seinen zwei oder drei Wortsätzen meinte. Hast du Probleme? Hat dich jemand geärgert oder diskriminiert? fügte sie dann noch besorgt hinzu. Pink, stöhnte Luca auf, nicht jeder, der nicht gut drauf ist, muss gleich gerettet werden. Ich betrachtete meine drei neuen Freunde und für einen kurzen Augenblick überlegte ich, ob ich ihnen von den Plänen des Schulamtes erzählen sollte, trotz meines Versprechens es nicht zu tun. Ich entschied mich dagegen, auch wenn es mir schwer fiel. In den ersten beiden Schulstunden hatten wir Englisch. Als ich Jesus in die Klasse schlurfen sah und er uns, wie immer, mit seinem Friedensgruß willkommen hieß, dachte ich daran, dass er und auch die anderen Lehrer schon viel länger an der Schule waren und die Schließung für sie bestimmt noch viel schlimmer sein würde als für mich. Ich spürte ein Stich in meinem Magen. Außer mir und Mama wusste niemand, dass sie vielleicht nur noch ein paar Monate zusammen an einer Schule waren. Mein Klassenlehrer sah mich an und wurde plötzlich ernst. Ist alles in Ordnung mit dir, Mick? Habe ich auch schon gefragt, meinte Kalou. Ich nickte. Ja, ja, alles okay. Es hatte sich wohl nicht sehr überzeugend angehört, denn Jesus legte den Kopf schief und sah mich prüfend an. Sicher, dieses Mal nickte ich nur. Herr Globuli betrachtete mich noch einen Augenblick. Wenn sich daran etwas ändern sollte, kannst du jederzeit zu mir oder einem der anderen Lehrer darüber reden. Dafür sind wir schließlich auch da. Vom Rest des Unterrichts bekam ich kaum noch etwas mit, weil ich nur noch an das denken konnte, was nach den Sommerferien passieren sollte. Und dabei wurde ich immer wütender. Noch bevor es zur Pause läutete, hatte einen Entschluss gefasst. Das kann sie nicht machen, sagte ich leise. In dem Augenblick ertönte die Schulglocke. Calou blickte mich erstaunt an. Was ist? Nichts, erwiderte ich und stand schnell auf. Ich muss weg, hab noch was zu erledigen. Und was? rief Calou mir nach. Aber da war ich sie musste es den anderen Lehrern und auch den Schülern sagen. Sie musste einfach, sonst dielte ich es nicht mehr aus. Ich rannte so schnell, dass Wolle, der wie immer vor der Klasse auf mich gewartet hatte, mir nur mit Mühe folgen konnte. Frau Dürr saß hinter ihrem Schreibtisch. Schlagartig wurde mir bewusst, dass man in der anderen Schule sicher keine zwei Hausmeister und auch nicht zwei Schulsekretärinnen brauchte. Wenn die Schule also tatsächlich geschlossen wurde, hätten Kalus Eltern keine Arbeit mehr und auch kein Zuhause. In mir kochte die Wut noch mehr hoch und ich stürmte schnurstracks in Mamas Büro, bevor Maggie etwas sagen oder fragen konnte. Die Tür schlug ich etwas heftiger zu, als ich eigentlich gewollt hatte und hörte gleichzeitig Wolle dahinter aufheulen. Hoffentlich hatte ich nichts von ihm eingeklemmt. Mama fiel vor Schreck beinahe von ihrem Bürostuhl. Mick, was soll denn das? Warum kommst du wie eine Wilde hier reingepoltert? Außerdem hat die Tür eine Klinke. Entschuldigung sagte ich kleinlaut. Die Tür wollte ich nicht so fest zuschlagen. Mama lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und sah mich prüfend an. Und was wolltest du stattdessen? Mit dir reden. Worüber? Na worüber schon, rief ich. Über die Schule natürlich, dass sie bald geschlossen werden soll. Mama beugte sich vor und legte die Unterarme auf den Schreibtisch. Bitte Mick, nicht so laut, raunte sie mir zu. Im Vorzimmer ist Frau Dürr, sie kann dich vielleicht hören. Das soll sie auch. Ist dir eigentlich klar, dass die beiden ihre Arbeit verlieren werden, wenn die Schule geschlossen wird? Auf Mamas Stirn erschien eine Wutfalte. Es war mir egal. Sicher weiß ich das. Aber dir sollte klar so leid es mir auch für Kalus Eltern tut. Ich hoffe, das glaubst du mir. Dass es dir leid tut, glaube ich dir, erwiderte ich. Aber nicht, dass du nichts mehr tun kannst. Wir sollten darum kämpfen, dass die Schule nicht geschlossen wird. Und wie? fragte Mama nur zurück. Keine Ahnung. Darum sollst es ja auch den anderen Lehrern und den Schülern erzählen. Und auch die Wutfallte auf Mamas Stirn verschwand. Dafür sah sie mich nun traurig an. Ich finde es ja toll, dass du dich so dafür einsetzt, erklärte sie mir in einem Ton, als wäre ich fünf Jahre alt. Aber man muss auch wissen, wann man verloren hat. Wie soll man wissen, ob man verloren hat, wenn man erst gar nicht anfängt zu kämpfen? erwiderte ich, wobei ich mich beherrschen musste, dass ich sie dabei nicht anschrie. Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte ich mich um und lief aus dem Büro. Dieses Mal achtete ich allerdings darauf, die Tür leise zu schließen. Im Vorzimmer erwartete mich Wolle. Zum Glück hatte ich ihn nicht eingeklemmt. Er schien noch nicht beleidigt zu sein, dass ich ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen hatte. Zumindest wackelte eine Hälfte von ihm. Ich blickte mich kurz um. Frau Dürr war nicht zu sehen. Allerdings hörte ich sie unter ihrem Schreibtisch leise schimpfen. Offenbar funktionierte ihr Computer wieder einmal nicht. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie etwas von dem Streit zwischen Mama und mir mitbekommen hatte. Bestimmt hätte sie mich sonst darauf angesprochen. Mit hängenden Schultern, machte ich mich auf den Weg zum Pausenhof. Meine Uhr verriet mir, dass noch zehn Minuten von der Pause übrig waren. Ich fragte mich, wie ich es noch wochenlang aushalten sollte, ohne meinen neuen Freunden von den Plänen des Schulamtes zu erzählen. Aber eigentlich, warum sollte ich mich überhaupt an mein Versprechen halten? Wenn Mama nicht wollte, dann musste ich eben kämpfen, allerdings nicht allein. Als hätten Kalou, Luca und Pink meine Gedanken gehört, empfingen sie mich am Ausgang zum Pausenhof. Sie hatten sich nebeneinander aufgebaut und blickten mir mit ernsten Gesichtern entgegen. Ich musste sie nicht fragen, was sie von mir wollten, denn Luca ließ mich erst gar nicht zu Wort kommen. Wir müssen mit dir reden, Mick. Dringend, ergänzte Kalou. Und zwar sofort, schloss Pink. Ich hob die Hände. Ihr wollt wissen, was mit mir los ist, oder? Luca nickte. Allerdings, haben wir dir etwas getan, oder was hast du für ein Problem? Es hat nichts mit euch zu tun, sagte ich schnell. Jedenfalls nicht so, wie ihr glaubt. Kopiere ich nicht, meinte Kalou, und sah auch etwas verwirrt aus. Was werdet ihr gleich? Ich muss euch etwas Wichtiges erzählen, aber nicht hier. Auf dem Pausenhof herrschte das übliche Treiben, und soweit ich erkennen konnte, stand unsere Klasse um die alte Kastanie herum, die mittlerweile auch zu meinem Stammplatz geworden war. Lasst uns zu den anderen gehen, schluck ich vor. Luca, Pink und Kalou warfen sich einen kurzen Blick zu. Dann nickte Luca. Meinetwegen. Du machst es aber echt spannend, raunte Pink. Ich erwiderte nichts darauf, aber mir wurde beinahe schlecht, wenn ich daran dachte, welche Neuigkeiten ich für sie hatte. Mik will uns etwas sagen, rief Luca in das allgemeine Gemurmel am Stammplatz, kaum dass wir angekommen waren. Etwas Wichtiges, fügte er dann noch hinzu. Das genügte, um die anderen sofort verstummen zu lassen. Mit erwartungsvollen Blicken sahen sie mich an. Ich holte tief Luft. Meine Mutter hat mir gestern eröffnet, dass das Schulamt diese Schule schließen will. Nun war es raus. Es gab kein Zurück mehr. Wenn ich erwartet hatte, nun ein Sturm der Entrüstung und Wut losbrach, hatte ich mich getäuscht. Für eine kurze Zeit, die mir jedoch ewig vorkam, blieb es absolut still. Entweder sie hatten nicht kapiert, was ich sagte, oder sie glaubten mir nicht. Soll das ein Witz sein? fragte Pink dann auch. Ich schüttelte den Kopf. Leider nicht. Nach den Sommerferien sollen wir alle in eine andere Schule verlegt werden. Und die Lehre auch. Nun passierte und du? Du nicht, erwiderte ich zögernd. Allerdings habe ich keine Ahnung, was wir machen könnten. Ist nicht das erste Mal, sagte Aydin plötzlich. Ich fuhr zu ihm herum. Nicht? Die Schule sollte schon ein paar Mal geschlossen werden, antwortete Bella für ihn. Aber Buffalo Bill hat es irgendwie immer wieder geschafft, dass es nicht passiert, ergänzte Lisa. Ich musste an die pensionierte Schulsekretärin denken, die Mama nicht zugetraut hatte, die Schule so zu leiten, wie der alte Direktor. Ob sie Recht gehabt hatte? Aber der war ja auch schon viel länger Direktor als deine Mama. Ich fragte mich, ob Betty so neugierig war, dass sie auch Gedanken lesen konnte. Und darum braucht sie Hilfe, stellte Luca fest. Was haltet ihr davon, wenn wir uns in der nächsten Pause wieder hier treffen und überlegen, was wir machen können? Er warf einen Blick in die Runde und erntete allgemeines Kopfnicken. Wie auf ein Kommando ertönte die Pausenklinge und wir gingen zurück in unsere Klasse. Kalu lief neben mir. Meine Eltern, sagte er leise. Ich weiß, aber uns fällt bestimmt etwas ein, versuchte ich ihn zu trösten, obwohl ich keinen blassen Schimmer hatte, was wir unternehmen könnten. Siebtes Kapitel Hunger, Streik und Pausenbrot. In der nächsten großen Pause machte Pink den ersten Vorschlag. Wir organisieren einen Protestmarsch zum Rathaus oder wir gründen eine Bürgerinitiative und sammeln Unterschriften. Mit wem? fragte Luca. Hast du nicht mitbekommen, was Mick erzählt hat? Niemand hat sein Kind für das nächste Jahr hier angemeldet. Er soll also an dem Protestmarsch teilnehmen. Wir? rief Pink und unsere Eltern. Und wenn das nicht hilft, dann treten wir in den Hungerstreik. Spinnst du? rief Kalou. Erst schließen sie die Schule und dann soll ich auch noch Kohldampf schieben? Stimmt, meinte Aydin mit einem Blick auf die halb aufgegessene Notration in Kalous Hand. Du schaffst ja noch nicht einmal eine Pause ohne etwas zu futtern. Kalou brummte etwas Unverständliches und bis demonstrativ in den Schokoriegel. Ich wäre dafür, dass wir zum Rathaus gehen, schaltete Bulli sich ein. Warum? fragte Betty. Dann gehen wir zu den Typen im Schulamt und hauen ihn ordentlich eins auf die Mütze. Luca stöhnte auf. Super Vorschlag, Bulli, das hilft bestimmt total. Ich meine ja nur, erwiderte Bulli kleinlaut. Luca sah aufmunternd in die Runde. Noch Vorschläge? Allgemeines Kopfschütteln war die Antwort. Wir hatten ja nicht viel Zeit zum Nachdenken, entgegnete Lisa. Auch wieder war, gab Luca ihr Recht, vielleicht ist es dann besser, wenn wir morgen weitermachen. Und denkt daran, Klappe halten, zu keinem ein Wort, vorläufig jedenfalls. Da niemand etwas dagegen sagte, waren sie wohl einverstanden. Was mich sehr beruhigte. Zu Hause staunte ich nicht schlecht, als ich feststellte, dass Mama vor mir da war. Sie saß am Küchentisch und rührte in einer Tasse Tee. Du bist heute aber früh dran, stellte ich fest, die Klinke der Küchentür noch in der Hand. Mama sah von ihrem Tee auf. Ich bin früher gegangen, als ich eigentlich wollte. Und warum? Weil ich mit ihr reden muss. Ich spürte, wie mein Gesicht vor Schreck ganz heiß wurde. Hatte sie etwa herausgefunden, dass ich mein Versprechen gebrochen und meinen Klassenkameraden von dem Plan des Schulamtes erzählt hatte? Was gibt es denn? Ich hoffte, meine Stimme würde mich nicht verraten. Mama blickte mich an. Ich habe nachgedacht über unseren Streit vorhin, meine ich. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass du recht hast. Wir müssen um unsere Schule kämpfen. Auch wenn ich noch nicht so lange dort Rektorin bin, fühle ich mich ihr schon sehr verbunden. Und sie ist auch einfach was ganz Besonderes. Ich ließ mich so heftig auf einen der Küchenstühle fallen, dass ich fast damit umgekippt wäre. Meinst du das ernst? rief ich. Sehr ernst. Und wieso bist du plötzlich anderer Meinung? Heute Morgen hast du doch noch gesagt? Ich weiß, unterbrach sie mich. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich aber auch Papa dir oft gesagt hat, dass du nicht aufgeben sollst, wenn es Schwierigkeiten gibt. Offensichtlich hat diese Erziehung bei dir etwas gebracht. Nur ich hatte diesen Vorsatz irgendwie vergessen, fügte sie mit einem verlegenen Blick auf mich hinzu. Ich stand auf und gab ihr einen Kuss auf die Wange. So ist das halt mit den Erwachsenen. Mama hob ihren Zeigefinger und tat so, als würde sie mir drohen. Für dein Alter hast du eine ziemlich große Klappe. Ich zuckte mit den Achseln. Ist halt auch eure Erziehung. Dann wurde ich wieder ernst. Und was willst du jetzt unternehmen? Als erstes will ich die gesamte Schulgemeinschaft zusammentrommeln, also Lehrer, Schüler und auch die Eltern. Dann werde ich ihnen die ganze Wahrheit erzählen und sie fragen, ob sie damit einverstanden sind, um unsere Schule zu kämpfen. Wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, dann geht es nur gemeinsam. Darf ich meinen Freunden schon vorher Bescheid sagen? fragte ich vorsichtig. Nach kurzem Zögern nickte Mama. Meinetwegen. Ich fingerte mein Smartphone aus der Hosentasche und schrieb schnell eine Nachricht an unsere WhatsApp- Gruppe. Von den Plänen des Schulamtes musste ich ihnen nicht mehr berichten. Dafür gab es Neuigkeiten, die ihnen bestimmt besser gefielen. Noch während ich tippte, bemerkte ich, dass auch Mama ihr Smartphone in der Hand hielt. Was schreibst du denn da? Nicht nur ihr Schüler habt WhatsApp- Gruppen, antwortete sie, ohne aufzusehen. Ich informiere die Kollegen, dass sie die Eltern ihrer Klassen für heute Abend in die Aula einladen sollen, weil ich ihnen etwas sehr Wichtiges mitzuteilen habe und dass es dabei um die Existenz unserer Schule geht. Heute Abend schon? Je eher, desto besser. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Da hatte sie leider nicht ganz Unrecht. Warum hat deine Mama denn ihre Meinung geändert? Wollte Pink wissen, kaum dass wir uns am Abend getroffen hatten. Sie, Luca, Carlo und ich standen im hinteren Bereich der Aula, da die ausnahmsweise mal bis auf den letzten Platz gefüllt war. Es hat wohl etwas mit unserem Streit heute Morgen zu tun, antwortete ich. Beeindruckt schaute ich mich in dem vollen Raum um. Ich hätte echt nicht gedacht, dass so viele kommen würden. Deine Mutter hat geschrieben, dass es um die Existenz der Schule geht, meinte Luca. Das hat wohl gewirkt. Deine Mutter will ihnen also tatsächlich alles erzählen, fragte Pink noch einmal. Zumindest hatte sie es vor. Bestimmt fällt ihr das nicht leicht. Sie ist ganz schön nervös. Ich dachte daran, wie sie am Nachmittag aufgeregt in ihrem Arbeitszimmer herumgelaufen war und geübt hatte, was und vor allem wie sie es der Schulgemeinschaft beibringen sollte. Als sie nun aber auf die Bühne kam und ans Mikrofon trat, war davon nichts mehr zu spüren. Wieder einmal stellte ich fest, dass ich eigentlich zwei Mütter hatte. Eine in der Schule und eine andere zu Hause. Mama begann zu reden. Sie erzählte alles. Soweit ich es beurteilen konnte, ließ sie nichts aus. Sie gab sogar zu, dass sie erst vorhatte, nichts zu sagen und schon aufgeben wollte und dass ich sie umgestimmt hätte. An dieser Stelle drehten sich nicht nur meine Freunde zu mir um und ich spürte, wie ich rot wurde. Als Mama mit ihrem Bericht fertig war, passierte zunächst das Gleiche wie am Morgen. Es blieb absolut still. Doch mit einem Schlag brach ein Tumult los. Mama wurde mit Fragen und Zurufen geradezu bombardiert. Aber meine Lehrerin Mama blieb ganz ruhig, bis es wieder fast still geworden war. Ich hoffe, Sie glauben mir, dass ich von den Plänen des Schulamtes nichts gewusst habe, als ich diese Stelle angetreten habe, sagte sie dann ins Mikrofon. Zu meiner und sicher auch zu Mamas Beruhigung war nur zustimmendes Gemurmel zu hören. Gut, fuhr Mama fort. Und nun bitte ich die Schulgemeinschaft um eine Abstimmung. Genauer gesagt bitte ich Sie um die Zustimmung, dass wir, also die Lehrkräfte dieser Schule, uns Maßnahmen überlegen, wie wir die Schließung verhindern können. Wer dafür ist, hebe bitte seine Hand. Augenblicklich reckte sich ein Wald von Armen in die Höhe. Das ist großartig, sagte Mama und atmete sichtlich durch. Sobald es etwas Neues gibt, lassen wir Sie über Ihre Kinder informieren. Danke auch, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Mama ging von der Bühne und die Versammlung war vorbei. Das war also geschafft. Pink stieß mich an und zeigte mit dem Daumen nach oben. Sie nickte und lächelte mich an. Dass ich sie noch vor kurzem für eine eingebildete Zicke gehalten hatte, konnte ich mir jetzt kaum noch vorstellen. Vor der Aula wartete Wolle auf mich und trabte auf dem Weg zum Ausgang brav hinter uns her. Ich bemerkte, dass Bulli in seiner Hosentasche kramte. Wir waren schon am Schulausgang, da hatte er einen kleinen Beutel hervorgeholt. Selbstgemachte Hundekuchen für Wolle, erklärte er mit glänzenden Augen. Habe ich bei unserem Bäcker gekauft? Er hielt meinem ständigen Begleiter einen der Hundekuchen hin, doch Wolle rührte sich nicht. Er mag sie nicht, meinte Bulli enttäuscht. Versuch es mal mit der anderen Seite, erwiderte Betty kichernd. Ich glaube, du hältst ihm den Hundekuchen gerade vor den Hintern. Er hörte auf Bettys Rat und da funktionierte es. So konnten wir uns zumindest mit einem Lachen verabschieden. Ich weiß nicht, wie lange es dauerte, bis ich an diesem Abend einschlief. Einerseits war ich immer noch sehr aufgeregt. Außerdem zermartete ich mir den Kopf, was wir tun sollten, um unsere Schule zu retten. Kalou hatte mir erzählt, dass die Leute, die in der Gegend wohnten, ihre Kinder nicht auf unsere Schule schickten, weil sie die Lehrer für bekloppt hielten. Zugegeben waren die Lehrer an dieser Schule alles andere als gewöhnlich, aber das machte doch gerade ihren Unterricht aus und allesamt waren tolle Lehrer. Und genau das mussten wir beweisen. Aber wie? Ohne dass ich diese Frage beantworten konnte, fielen mir schließlich die Augen zu. Als ich am nächsten Morgen in die blassenen und verschlafenen Gesichter meiner Freunde blickte, wusste ich, dass es ihnen wohl auch nicht anders ergangen war als mir. Ich hoffte nur, dass ihnen zumindest mehr eingefallen war. Ich konnte kaum erwarten, bis es endlich zur ersten Pause läutete und wir uns an der großen Kastanie versammelten. Also, fragte Luca auch gleich, denkt daran, es geht um Vorschläge, die den Leuten zeigen sollen, was wir für eine tolle Schule haben, wer will anfangen? Pink holte Luft, aber Kalou unterbrach sie gleich. Kein Hunger Streik, damit biss er in einen knallroten Apfel. Pink zog eine Augenbraue hoch. Seit wann isst du Äpfel? Kekse und Schokoriegel waren alle. Und damit du nicht meckerst, fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu. Aber nur, wenn der aus biologischem Anbau ist. Kalou stöhnte auf. Was schalb ich, rief er mit vollem Mund. Außerdem will ich was ganz anderes vorschlagen, entgegnete Pink. Luca holte sein Smartphone hervor. Und was? Wir sammeln Müll. Bulli sah sich um und fragte verdattert, wo sollen wir den denn sammeln? Hier stehen doch überall Abfallkörbe. Pink verdrehte die Augen. Wir sammeln nicht hier, sondern in der Stadt oder in einem Park. Da liegt jede Menge Zeug, das da nicht hingehört. Daraus könnten wir doch eine Aktion machen. Vielleicht berichtet die Zeitung ja sogar darüber. Und was soll das bringen? fragte Ludmilla. Es zeigt den Leuten, dass wir eine umweltbewusste Schule sind. Luca sah in die Runde. Da sich niemand beschwerte, nickte er. Vorschlag eins ist also Müll sammeln. Er tippte es in sein Handy. Kalu hatte seinen Apfel mittlerweile aufgegessen und schaute nun an der Fassade der Schule hoch. Die Schule meinte er dann. Ja und? fragte Aydin. Was willst du uns damit sagen? Sieht ziemlich heruntergekommen aus. Dein Papa hat wohl recht viel repariert, erwiderte ich, was mir ein breites Grinsen von Kalu einbrachte. Du meinst also, wir sollten die Schule renovieren? fragte Luca. Kalu zuckte mit den Schultern. Wenigstens anstreuchen. Da konnte ihm niemand widersprechen. Welche Farbe die Fassade unserer Schule einmal gehabt hatte, war nicht mehr zu erkennen. Abgesehen davon, dass der Anstrich an vielen Stellen abblätterte, sah alles nur noch schmutzig grau aus. Wir können es zumindest vorschlagen, sagte Luca, während er die Idee in seinem Smartphone notierte. Da wolle gerade seine Nase an mir rieb, zumindest hoffte ich, dass es seine Nase war, konnte ich auch einen Vorschlag machen. Wir könnten Wolle ein paar Kunststücke beibringen, die wir vorführen. Oder wir lassen die Leute raten, wo vorne und hinten ist, ergänzte Bulli, und wer richtig rät, darf ihn streicheln und ihm einen Hundekuchen geben. Ich wusste zwar nicht, wie man mit Hundekuchen die Schule retten sollte, aber als ich sah, dass Luca Wolle notierte, widersprach ich nicht. Auch die anderen hatten sich einiges überlegt. Wie nicht anders zu erwarten, schlug Bella vor, ein Theaterstück aufzuführen, während Ludmilla einen Online-Wettbewerb organisieren und Lisa einen Kurs anbieten wollte, wie man Mangas zeichnet. Während Aydin gerade erklärte, wie er sich einen Mathematik-Wettkampf vorstellte, kam mir eine Idee. Wir könnten doch alles machen, schlug ich vor. Alles? fragte Luca. Wie meinst du das? So eine Art Schulfest, zu dem jeder kommen kann. Luca sah mich an und nickte. Dann könnten wir ein Theaterstück aufführen und auch verschiedene Wettbewerbe und Kurse anbieten. Aber kein Müll sammeln, warf Kalu ein. Und ob, widersprach Pink, das könnten wir vorher tun und damit auf das Schulfest aufmerksam machen? Und natürlich danach davon berichten, zum Beispiel mit Fotos. Fotos von Müll. Super, brummte Kalu. Pink holte schon zu einer Erwiderung aus, aber Luca unterbrach sie. Was wir von all dem dann wirklich umsetzen, können wir später doch noch besprechen. Wer ist dafür, dass wir den Lehrern vorschlagen, so ein Schulfest zu organisieren? Augenblicklich reckten sich zehn Hände in die Höhe. Und wann sollen wir es ihnen vorschlagen? fragte Betty. Ich zuckte mit den Schultern. Warum nicht jetzt? Mama ist bestimmt in ihrem Büro. Achtes Kapitel Der Aufstand der Zwerge Kurz darauf standen zehn Schüler in Maggies Büro. Während Wolles vordere Hälfte an ihr schnüffelte und seine hintere Hälfte freudig wackelte. Wollte ihr etwa alle zu Frau Eisenhardt? fragte Maggie streng, während sie wolle den Kopf kraulte. Wir sind doch nur zehn, Mama, erwiderte Kalou. Frau Dürr sah ihren Sohn an und ihr Blick wurde etwas versöhnlicher. Aber das Büro ist viel zu klein für alle. Bevor einer von uns etwas erwidern konnte, öffnete sich die Tür zu Was ist denn hier los? Es geht um die Vorschläge, die wir machen sollen, antwortete ich. Wie wir die Schule retten wollen, ergänzte Pink. Mama sah uns eine nach dem anderen an. Eigentlich sollten ja wir Lehrer die Vorschläge einbringen. Dürfen wir Schüler denn nicht mitdenken, plapperte ich wieder einmal einfach drauf los und fing mir auch gleich einen entsprechenden Blick von Mama ein. Zum Glück ging sie aber nicht weiter darauf ein, sondern fragte nur, dann erzählte mal, was habt ihr denn für Vorschläge? Luca holte sein Smartphone heraus und erklärte Mama und Maggie, was wir uns überlegt hatten. Als er fertig war, sahen die beiden sich an. Wenn mich nicht alles täuschte, warfen sie sich sogar einen anerkennenden Blick zu. Nicht schlecht, gab Maggie dann zu. Oder was meinen Sie, Frau Eisenhardt? Mama antwortete zunächst nicht, sondern schaute uns nur der Reihe nach nickend an. Auf jeden Fall werden wir eure Vorschläge berücksichtigen, sagte sie dann. Aber jetzt solltet ihr zurück in eure Klasse gehen. Der Unterricht fängt gleich wieder an. Vorschläge berücksichtigen, was das wohl bedeutet, sagte Aydin leise auf dem Weg zurück in unsere Klasse. Würden wir sehen, antwortete Luca. Zumindest war sie nicht dagegen. Eigentlich ist es mir egal, rutschte es mir heraus. Die anderen blieben stehen. Wieso denn das? fragte Bella. Hauptsache wir retten die Schule, dann ist es doch egal, welche Vorschläge angenommen werden? Calou nickte. Stimmt. In den nächsten beiden Unterrichtsstunden wurde ich einen Gedanken nicht mehr los. Selbst wenn unsere Vorschläge angenommen wurden und wir es tatsächlich schafften, das Schulfest auf die Beine zu stellen, würden allein deswegen genug Eltern ihre Kinder für das nächste Schuljahr bei uns anmelden und würde das reichen, damit das Schulamt unsere Schule leben ließ? Diese Gedanken hatte ich immer noch im Kopf, als ich meine Freunde in der nächsten Pause mit der Frage schockierte, wäre es eigentlich so schlimm, wenn wir in eine andere Schule gehen müssten? Pink schnappte nach Luft. Und ob? Warum? Sie, Luca und Calou warfen sich einen fassungslosen Blick zu. Sie kennt die Merkel halt nicht, sagte Luca dann. Die Merkel? rief ich. So heißt die Schule, Angela Merkel Schule, wir nennen sie nur die Merkel, sie ist ziemlich neu. Und groß, ergänzte Pink, und doof, gab Calou zu bedenken. Warum ist sie denn doof, fragte ich nach. Luca sah mich nachdenklich an. Das ist schwer zu erklären. Zeigen wir sie ihr, schlug Pink vor, dann wird sie verstehen. Luca nickte. Meinetwegen, dann treffen wir uns heute Nachmittag und zeigen Mick die Merkel. Wir verabredeten uns um drei Uhr am Haus der Dörs, um von dort aus zu der Schule zu gehen, die wie unsere Bundeskanzlerin hieß. Als ich um kurz vor drei vor dem Hausmeisterhaus neben unserer Schule stand, musste ich nicht lange warten, denn gleich darauf kamen Luca, Pink und schließlich auch Calou. Der Weg zu Angela Merkels Schule war tatsächlich nicht sehr weit. Wenn ich alles richtig verstanden hatte, dann würde mein Schulweg sogar noch etwas kürzer sein. Da ist das Monster, sagte Pink schließlich und zeigte auf ein Gebäude, das um einiges größer war als unsere Schule. Es hatte vier Etagen und ein flaches Dach. Ich fand nicht, dass es besonders furchterregend aussah, wie eine moderne Schule eben. Und, was sagst du dazu? fragte Luca. Ich zuckte mit den Schultern. Ich weiß nicht, wir können sie uns ja mal näher ansehen. Pink blieb stehen. Findest du sie etwa nicht gruselig? Die sieht fast so aus wie meine alte Schule. Und, wie hat es dir da gefallen? Wollte Luca wissen. Naja, ehrlich gesagt, nicht besonders gut, gab ich zu. Kalou klopfte mir freundschaftlich auf die Schulter. Also, sagen wir doch. Wir liefen über den Schulhof auf das Gebäude zu. Wie nicht anders zu erwarten, war es abgeschlossen. Also lugten wir durch die Fenster im Erdgeschoss. Mir fiel auf, dass die Klassenräume viel größer waren als in unserer Schule. Vor allem aber gab es dort wesentlich mehr Stühle. Ich zählte in drei verschiedenen Klassen nach und kam jedes Mal auf über dreißig. Hier sind aber echt viele Schüler in einer Klasse. Kein Vergleich zu uns, stellte ich fest. Ist ja auch keine Kunst, meinte Pink trocken. Aber über dreißig, erwiderte ich. Was machen sie dann mit uns? Kalou zuckte mit den Schultern. Neue Klasse? Kann ich mir nicht vorstellen, dazu sind wir zu wenige, widersprach Luca. Also teilen sie uns auf, sprach ich aus, was meine Freunde sicher auch längst gedacht hatten. Das will ich aber nicht, rief Pink und stampfte wütend mit dem Fuß auf. Hey, was habt ihr hier zu suchen? ertönte eine Stimme hinter uns. Wir fuhren herum und entdeckten sieben oder acht Jungs. Sie kamen über den Schulhof auf uns zu und sahen nicht so aus, als wollten sie uns freundlich willkommen heißen. Luca schaltete gleich auf Angriff. Das geht euch überhaupt nichts an. Und ob, das ist unsere Schule und ihr gehört nicht hierher. Und wenn schon, rief Pink, es ist schließlich nicht verboten, hier zu sein. Inzwischen waren sie bis auf wenige Schritte an uns herangekommen. Dann blieben sie stehen, stellten sich in einem Halbkreis auf und betrachteten uns feindselig. Das sind doch die Zwerge, rief plötzlich einer der Jungen. Zwerge? haumte ich Pink zu. Die nickte. So nennen sie uns. Nur weil wir in eine kleine Schule gehen, meinen sie wohl, wir wären auch klein. Bei dir stimmt es ja, meinte Luca mit einem Grinsen. Pink wollte etwas erwidern, doch da rief einer der Jungen, der aussah, als wäre er der Anführer seiner Bande, genau, den Dicken kenne ich, das ist der Sohn vom Zwergen Hausmeister. Kalou machte einen Schritt nach vorn und schob die Ärmel seines Sweatshirts hoch. Nenn mich noch einmal Dicker, du Würstchen, und du kannst deine Nutella Brote in Zukunft ohne Zähne lutschen. Luca legte die Hand auf Kalous Schulter. Lass gut sein, das bringt nichts. Na, freut ihr euch schon? fragte der Anführer mit einem breiten Grinsen. Worauf, dass ihr uns endlich in Ruhe lasst? entgegnete Luca. Nee, ganz im Gegenteil, dass ihr hierher kommt, wenn eure Zwergenschule geschlossen wird. Woher wisst ihr das? rief Pink aufgebracht. Ist längst mein Junge? Wir freuen uns jedenfalls schon sehr auf euch. Bestimmt haben wir jede Menge Spaß. Den Spaß wollte ich mir lieber nicht vorstellen, wenn ich diese blöden Typen betrachtete. Ich spürte, wie ich wütend wurde und konnte nicht mehr an mich halten. Das werden wir ja sehen, noch ist unsere Schule nicht geschlossen und das bleibt auch so. Räumt ruhig weiter, rief der Anführer. Dann machten sie sich lachend und mit jeder Menge blöder Sprüche über uns Zwerge davon. Das war wohl nicht besonders clever von mir, sagte ich kleinlaut, als wir auf dem Rückweg waren. Ich meine, dass ich ausgeplaudert habe, die Schule würde vielleicht nicht geschlossen. Luca winkte ab. Halb so schlimm, viel blöder finde ich, dass sie schon wissen, dass sie geschlossen werden soll. Warum? fragte Kalou. Bestimmt haben sie sich schon jede Menge Gemeinheiten überlegt, mit denen sie uns das Leben an ihrer Schule vermiesen können. Das hat sich ganz so angehört. Bei dem Gedanken daran lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Pink ballte beide Hände zu Fäusten. Also muss unser Plan klappen, er muss einfach. Neuntes Kapitel Ein Prinz im Hundekostüm Eigentlich stand am nächsten Morgen Mathe beim Coach in der ersten Stunde auf dem Stundenplan. Umso überraschter waren wir, als Jesus in die Klasse schlurfte. Dieses Mal hob er sogar beide Hände zum Friedensgruß. Friede sei mit euch, Freunde, und mit ihnen. Ist der Coach nicht da? fragte Lisa mit Hoffnung in der Stimme. Sie konnte zwar sehr gut zeichnen, dafür kämpfte sie umso mehr mit Mathe. Das hatten wir gemeinsam. Unser Klassenlehrer schüttelte den Kopf. Er ist in seiner Klasse, so wie jeder Lehrer heute Morgen. Warum? fragte Betty. Um euch zu berichten, was wir gestern beschlossen haben. Und was haben sie beschlossen? fragte Betty aufgeregt. Jesus seufzte. Das würde ich wenn du so nett wärst, mich nicht immer mit deinen Fragen zu unterbrechen, liebe Betty. Betty zog einen Schmollmund, sagte, oder besser fragte, aber nichts mehr. Ich erinnerte mich daran, dass Mama gestern Nachmittag kurz vor mir aus dem Haus gegangen war. Sie hatte mir aber nicht erzählt, dass sie sich mit den anderen Lehrern traf. Wahrscheinlich wollte sie verhindern, dass ich sie am Abend so wie Betty mit Fragen löscherte. Wir haben darüber gesprochen, was wir tun können, um vielleicht doch noch zu verhindern, dass unsere Schule geschlossen wird, fuhr unser Klassenlehrer fort. Wir haben uns auch schließlich auf einige Aktionen geeinigt. Herr Globuli räusperte sich. Besonders stolz bin ich darauf, dass die Idee, einen Tag der offenen Tür verbunden mit einem Schulfest zu veranstalten, von euch gekommen ist. Der Vorschlag wurde also angenommen, fragte Luca, was ihm einen dankbaren Blick von Betty einbrachte. Ja, verkündete Jesus, genau das wollte ich damit sagen. Nun brach lauter Jubel in der Klasse aus und Siegerfäuste wurden in die Luft gereckt. Ruhe, rief Herr Globuli, stand auf und breitete die Arme aus. Wir haben uns auch überlegt, dass wir die Aktionen im Rahmen einer Zirkusvorstellung präsentieren. Auf die Idee ist Fräulein Ling gekommen. Dafür müssen hoffentlich keine Tiere dressiert werden, unterbrach Pink ihn. Jedenfalls so gut wie keine, antwortete unser Klassenlehrer zögernd, aber dazu komme ich später noch. Pink verzog skeptisch ihren Mund, gab sich aber mit der Antwort zufrieden. Jeder Lehrer und jede Lehrerin betreut eine dieser Aktionen, fuhr Jesus fort. Beginnen wir mit Frau Hackl. In den Augenwinkeln sah ich, wie Kalou zusammenzuckte. Sie wird ich, rief Kalou und sein Arm schoss in die Höhe. Jesus zog die Augenbrauen hoch, aber du weißt doch noch gar nicht, welche Aktion sie betreuen wird. Egal, meinte Kalou nur, als die Klasse mit unüberhörbarem kichern quittierte. Es war nicht zu übersehen, dass auch unser Klassenlehrer ein Lachen unterdrücken musste. Sport, sie möchte mit euch einige Grundübungen der Selbstverteidigung einüben, die sie dann im Rahmen einer kleinen Show vorführen will. Dazu braucht sie gelenkige und sportliche Freiwillige. Bleibst du also bei deiner Wahl, Kalou? Ich hörte, wie mein Sitznachbar schluckte. Äh, ich überlege lieber doch noch mal, sagte er dann. Dabei würde ich aber gern mitmachen, meldete sich Luca. Ich auch, rief Betty. Wann geht's los? Herr Globuli schüttelte den Kopf. Für dich hatte ich eigentlich eine andere Idee, Betty. Die war offensichtlich so überrascht, dass sie vergaß nachzufragen. Unser Klassenlehrer sah in die Runde. Wisst ihr eigentlich, dass ich E-Bass spiele? Früher habe ich, Betty sprang auf, eine Band, wir gründen eine Band. Ja, vielleicht schaffen wir es, ja tatsächlich eine kleine Zirkusband zusammenzustellen, die die einzelnen Aktionen musikalisch begleitet. Es kommt darauf an, wie viel Musik begeisterte Schüler wir aus den anderen Klassen bekommen. Dann entscheiden wir auch, welches deiner drei Instrumente du spielst. Betty blieb still. Stattdessen erschien ein seliges Lächeln auf ihrem Gesicht, das auch für den Rest des Tages dort blieb. Wenn Betty ihre Band bekommt, dann möchte ich aber auch Theater spielen, meldete sich dafür Bella zu Wort. Jesus kratzte sich am Kopf. Das habe ich mir schon gedacht. Bella machte große Augen. Und? Jesus holte tief Luft. Wir brauchen jemand, der die Vorstellung moderiert und die einzelnen Aktionen vorstellt. Soll ich den Zirkusdirektor spielen? fragte Bella hoffnungsvoll. Wir dachten eher an einen Clown. Clown? hauchte Bella. Jesus nickte. Und? Machst du es? Nach einigem Zögern hob Bella die Achseln. Meinetwegen, Hauptsache Bühne. Dann erfuhren wir, dass unser Mathelehrer naturwissenschaftliche Experimente plante, die er mit Schülern vorführen wollte. Dabei soll es ordentlich stinken und krachen, rief Jesus so begeistert, als freute er sich selbst am meisten darauf. Das war genau das Richtige für Aydin, unseren Professor. Der war auch gleich einverstanden. Allerdings hatte er noch eine Bitte. Kann Bulli auch mitmachen? Jesus zuckte mit den Schultern. Warum nicht? Bullis Augen strahlten und er zeigte Aydin den erhobenen Daumen. So ungleich die beiden auch waren, so gut verstanden sie sich. Ein wenig erinnerten sie mich immer an Asterix und Obelix. Besonders begehrt war das Projekt von Fräulein Ling. Sie wollte Sport und Musik Musikunterricht verbinden. Videoclip Dancing nennt sie es, erklärte unser Klassenlehrer. Dabei sollt ihr zum Musik, die euch gefällt, eine Show einstudieren, die wie einer dieser Musikclips aussieht. Bei den Worten Musik, Tanzen und Video reckten sich die Hände von Lisa Pink und Ludmilla in die Höhe. Da sich Ludmilla gut mit Technik auskannte, sollte sie das Ganze filmen, sodass am Ende Ich hatte auch überlegt, mich zu melden, wollte aber erst abwarten, was Jesus noch auf Lager hatte. Dann fehlt nur noch eine Aktion, erklärte er dann zu meiner Enttäuschung. Wir haben auch beschlossen, dass wir unsere Schule verschönern wollen. Genauer gesagt, werden wir die Fassade anstreichen. Macht Papa da mit? fragte Kalou sofort. Nun ja, antwortete unser Klassenlehrer zögernd. Eigentlich wollte er, aber Maggie, ich meine Frau Dürr, war nur damit einverstanden, wenn ihn jemand beaufsichtigt. Kalou nickte. Dann ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn ich damit mache. Wer beaufsichtigt denn den Meister? Ich meine Herrn Dürr, wollte Bulli wissen. Das ist noch eine kleine Überraschung, antwortete Jesus. Die Aufgabe wird unser alter Schuldirektor übernehmen. Buffalo Bill, rief Kalou. Ich würde es vorziehen, wenn du ihn Herrn Hintergruber nennst. Frau Eisenhardt hatte ihn angerufen und gefragt. Er hat sich gleich bereit erklärt, uns zu helfen. Dann mache ich da auch mit, entschied ich, da sich für das Videoclip Dancing schon drei von uns entschieden hatten. Zu meiner Überraschung schüttelte Jesus den Kopf. Wie für Betty hatte ich mir für dich auch etwas Spezielles überlegt. Was denn? brachte ich heraus. Da sich Wolle dieses Mal dich ausgesucht hat, dachte ich an Agility. Agility was? Dabei trainiert man einen Hund, einen Parcours entlang zu laufen. Das soll ihn sinnvoll beschäftigen, wobei man sein Spiel und Bewegungstrieb ausnutzt. Spiel und Bewegungstrieb wiederholte ich. Hat Wolle so was? Diese Triebe hat jeder Hund. Dann ist Wolle kein Hund, meinte Kalou trocken. Obwohl auch ich der Meinung war, dass Wolle eher ein Prinz in einem Hundekostüm ist, war ich einverstanden. Gleichzeitig hoffte ich keinen Fehler gemacht zu haben, denn ich hatte keine Ahnung, was Agility eigentlich war. Und vor allem, wie ich es meinem volligen Knudelhund beibringen sollte. Und wann findet das Schulfest statt, wollte Betty noch wissen. Ich fürchtete schon, dass sie wegen all ihrer Fragen wieder eine Abfuhr bekommen würde, doch stattdessen verzog sich Herrn Globulis Mund zu einem breiten Lächeln. In drei Wochen. Aber wie sollen wir das denn schaffen, rief Luca. Das Lächeln wurde noch ein wenig breiter. Indem wir uns ganz darauf konzentrieren, von heute an arbeiten wir nur noch an den Aktionen. Heißt das, wir haben keinen Unterricht? Jesus nickte. Genau das heißt es. Wir ziehen unsere Projektwochen vor, haben wir gemeinsam entschieden. Das Läuten der Pausenglocke ging in einem lauten Jubel unter. Nachmittags informierte ich mich im Internet über das, was ich wolle beibringen sollte. Dazu schaute ich mir auch entsprechende Agility Videos auf YouTube an. Dort sprangen lebhafte kleine Hunde über Kästen schlängelten sich um Slalomhütchen herum oder hüpften durch Reifen, die man ihnen vor die Nase hielt. Ganz abgesehen davon, dass man nie so genau wusste, auf welcher Seite von Wolle sich seine Nase gerade befand, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich Wolle dazu bringen konnte, den ganzen Vormittag über Turnübungen zu machen. Als ich Jesus am nächsten Morgen von meinen Bedenken berichtete, nickte er nachdenklich. Du hast recht, sagt er schließlich. Was hältst du davon, wenn du nur einen Teil der Zeit mit Wolle verbringst und dann Kalou und den anderen beim Schulanstrich hilfst? Mach ich, das hatte ich ja ursprünglich sowieso vor, erwiderte ich erleichtert. Nachdem Jesus in Richtung Aula zur ersten Probe seiner Band verschwunden war, holte ich die Markierungshütchen für die Fahrradprüfung aus der Aula. Ich wollte mit der, wie ich glaubte, einfachsten Übung beginnen, Slalom. Wolle interessierte sich auch sehr für die Hütchen, er schnüffelte daran herum, um dann sein Bein zu heben und sie anzupinkeln. Das war's. Mein Versuch, ihn mit Belohnungen in Form von Hundekuchen zu einem Slalomlauf zu bewegen, scheiterte ebenfalls kläglich. Wahrscheinlich lag es daran, dass er die Leckerchen bisher auch bekommen hatte, wenn er nur mit seinem Hinterteil wackelte. Vielleicht, so überlegte ich, als ich abends im Bett lag, sollte ich ihm die Übungen vormachen. Also stellte ich am nächsten Tag drei Kartons hintereinander auf und sprang darüber. Allerdings blieb ich an der dritten Kiste hängen und legte eine schmerzhafte Bauchlandung hin. Wolle kam gleich zu mir gelaufen und leckte tröstend über mein Gesicht. Von da an da an waren die Kisten für ihn böse und er knurrte sie an, anstatt über sie drüber zu sprengen. Während meiner Versuche, wolle zu einem sportlichen Hund zu machen, ging es um mich herum wie auf einer Großbaustelle zu. Mit Hilfe einiger Eltern und vieler Schüler hatte Fräulein Ling einen Teil des Pausenhofs zu einer Arena umgestaltet, in der unsere Zirkusvorstellung aufgeführt werden sollte. Wenn Frau Hackl nicht gerade mit den Selbstverteidigungsübungen in der Sporthalle beschäftigt war, leitete sie die Freiwilligen dabei an, die Kulissen zu bemalen. Die hatte der Coach mit seinen Leuten in der Werkstatt gebaut. Dort übten sie auch die Experimente ein. Das erkannten wir daran, dass es in dem Neben Gebäude laut krachte, es auf dem Pausenhof erbärmlich stank oder der Coach und seine Schüler hustend ins Freie flüchteten. Wenn ich nicht mit Wolle trainierte, half ich der Malertruppe. Auch dort kamen wir gut voran. Einer der Väter arbeitete bei einer Baufirma. Er hatte ein Gerüst besorgt, dass sie mit seiner Hilfe an dem Schulgebäude aufbauten. Kalu wich seinem Vater nicht von der Seite. Das war auch gut so. Immer wieder musste er falsch zusammengesetzte Rohre wieder auseinander bauen oder schräg eingedrehte Schrauben herausdrehen. Auch wenn es eine Menge Arbeit war, machte es sehr viel Spaß. Mehr und mehr waren wir alle davon überzeugt, dass unser Plan klappen würde. Mittlerweile hatte ich Er war zwar immer noch weit von Agility entfernt, aber um nichts in der Welt hätte ich meinen dicken Knuddel missen wollen. Und welche Schule auf der Welt hatte schon seinen eigenen Hund, der auch noch Kunststückchen beherrschte? Zehntes Kapitel Böse Überraschung in Pink Am Ende der ersten Woche kam Buffalo Bill mit seinem Trecker von seiner Ranch zur Schule. Auf einem Anhänger waren jede Menge Farbeimer gestapelt. Yippie rief er uns von seinem knatternden und stinkenden Gefährt zu. Mein Schwager hat ein Malergeschäft. Er hat mir die Farbe zu einem Sonderpreis überlassen. Allerdings konnte ich sie mir nicht aussuchen. Es gibt nur weiß und rot. Buffalo Bills ratternder Traktor führte dazu, dass sich alle darum versammelten und die darauf gestapelten Farbeimer neugierig betrachteten. Mir wurde bewusst, dass nicht nur ich, sondern auch meine Freunde in den letzten Tagen so beschäftigt gewesen waren, dass wir uns kaum gesehen hatten. Nachdem Mama sich die Eimer eine Weile angesehen hatte, entschied sie, da wir mehr rote als weiße Farbe haben, streichen wir die Vorder- und Rückseite der Schule rot und die beiden schmalen Seiten weiß, das sieht bestimmt hübsch aus. Zumindest bunt, meinte Pink. Sollen wir sie nicht mischen, das gibt ein schönes Pink, fügte sie dann noch mit einem Augenzwinkern hinzu. Wie läuft es bei euch denn so, wollte ich von ihr wissen. Sie zog einen Mundwinkel nach oben. Wir haben uns endlich auf die Musik geeinigt. Gut, dass Fräulein Ling so viel Geduld hat. Und was macht Wolle? fragte sie dann mich. Ich winkte ab. Hoffnungsloser Fall, fürchte ich. Du verrenkst dir wenigstens nicht alle Knochen dabei. Pink und ich treten uns um. Dort stand Luca und hielt sich den Rücken. Ich hätte nicht gedacht, dass Fallen so wehtun kann. Ich schon, entgegnete ich und dachte an meine Bauchlandung. Gleichzeitig entdeckte ich Betty. Sie stand an einem der Farbeimer und hämmerte mit Drumsticks daraufherum. Hast du kein Schlagzeug mehr? rief Ludmilla ihr mit einer Kamera vor den Augen zu. Betty seufzte. Doch, ich brauche nur jede Minute, um zu üben. Je nachdem, welches Stück wir spielen, übernehme ich Klavier oder Schlagzeug. Aber unser größtes Problem ist Jesus. Jesus, riefen wir fast alle gleichzeitig. Wieder seufzte sie. Er will unbedingt singen, aber er kann's einfach nicht. Dann könnte er ja in meiner Nummer auftreten, meldete sich Bella von der anderen Seite des Wagens. Sie trug ihr Clowns Kostüm und war komplett geschminkt. Anders hatte ich sie in den letzten Tagen nicht gesehen. Ihr machte ihre Rolle offensichtlich so viel Spaß, dass sie sich nicht davon trennen konnte. Immer noch über ihre und Bettys Bemerkung schmunzelnd luden wir gemeinsam die Farbeimer ab und machten uns anschließend wieder an unsere Aktionen. Fräulein Ling hatte mir aus einem Zirkus Verleih einen Reifen besorgt. Den hielt ich Wolle so lange hin, bis mir klar wurde, dass ich schon wieder vorn und hinten verwechselt hatte. Es wurde wirklich Zeit fürs Wochenende. Dann war es endlich soweit. Ich entschied mich für ausgiebiges Chillen. Mein Pyjama zog ich auch tagsüber nicht aus, antwortete auf keine einzige WhatsApp Nachricht und hing entweder vor meinem Computer oder dem Fernseher. Obwohl oder vielleicht auch gerade, weil ich am Wochenende so gut wie nichts getan hatte, fühlte ich mich am Montag morgen, als hätte ich das ganze Wochenende über Steine geschleppt. Pink und Luca, mit denen ich mich auf dem Weg zur Schule traf, ging es auch nicht besser. Gemeinsam schlurften wir mehr zur Schule, als dass wir liefen. Wenn uns jemand beobachtete, vermutete er wahrscheinlich, dass wir unseren Klassenlehrer nachahmten. Doch kaum kam unsere Schule in Sichtweite, war unsere Müdigkeit mit einem Schlag verflogen. Wir sahen gleich, dass etwas passiert sein musste. Lehrer, aber auch Schüler liefen herum, riefen und gestikulierten aufgeregt. Da stimmt was nicht, stellte Luca fest. Wie auf ein Kommando rannten wir los. Als wir auf den Pausenhof kamen, sahen wir gleich, was passiert war. Alle Farbeimer waren geöffnet und überall auf dem Pausenhof klebten dicke Farbkleckser auf dem Boden. Das war wohl noch nicht das Schlimmste. Pink sah es als Erste. Die haben tatsächlich die Farben gemischt. Die ursprünglich weiße und rote Farbe war nun einheitlich Pink. Ich entdeckte Mama, die Kopf schüttelnd auf einen der Farbeimer hinunter blickte. Unser Klassenlehrer stand neben mir. Wer macht denn so was? Er hob die Arme und ließ sie frustriert wieder sinken. Ein ratloser Jesus. Luca Pink und ich warfen uns einen Blick zu. Darauf gibt es für mich nur eine Antwort, sagte Luca mit finsterer Miene. Die Merkel ergänzten Pink und ich wie aus einem Mund. Mist, elender Mist, rief plötzlich eine Stimme. Es war Kalou, der mit hochrotem Kopf auf uns zurannte. Was ist los, fragte ich, als unser Freund keuchend und nach Luft schnappend vor uns stand. Die Sachen vom Coach für die Experimente. Was ist damit, fragte ich. Weg, geklaut, gerade entdeckt vom Coach. Mir blieb vor Schreck buchstäblich die Spucke weg. Den anderen erging es nicht besser. Luca hatte sich als erster wieder gefasst. Bist du ganz sicher? Kalou nickte so heftig, dass sein dicker Pferde 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 schwanz hin und her schwang. In dem Augenblick kam auch schon der Coach aus seiner Werkstatt. Das ist ein ganz übles faul, rief er wütend. Wenn ich denjenigen erwische, bekommt er die rote Karte und mindestens drei Monate sperre. Kurz darauf stand er bei Mama und redete leise auf sie ein. Ich sah, wie sie blass wurde und sich mit rief sie so laut, dass jeder sie verstehen konnte. Wir treffen uns in der Aula, jetzt gleich, Krisensitzung. Kurz darauf waren alle Schüler und Lehrer in der Aula versammelt. Anders als sonst hatten sich die Lehrer nicht in die erste Reihe gesetzt, sondern saßen zwischen uns Schülern, ausgenommen Mama. Sie kletterte gleich auf die Bühne und griff sich das Mikrofon. Bitte Ruhe, rief sie Gemurmel hinein. Es wurde auch gleich still. Es ist offensichtlich, was am Wochenende geschehen ist, fuhr sie dann fort. Jemand will verhindern, dass wir mit unserer Aktion erfolgreich sind. Die Merkels, das waren garantiert die Merkels, rief Pink wütend dazwischen. Mama bedachte sie mit einem strengen Blick. Das ist eine schwere Anschuldigung, hast du dafür Beweise? Nein, aber dann solltest du mit nicht sein, unterbrach Mama sie. Wer soll es denn sonst gewesen sein, stand ich meiner Freundin bei. Sie wissen, dass unsere Schule geschlossen werden soll. Das mag ja sein, aber das ist noch lange kein Beweis, dass sie auch für den Diebstahl und das Vermischen der Farben verantwortlich sind. Aber, setzte ich an, der Blick von Mama ließ mich jedoch gleich wieder verstummen. Außerdem ist es jetzt nicht das finden. Jetzt hat es Priorität, dass wir trotz allem unser Schulfest auf die Beine stellen, und zwar so, wie wir es geplant haben. Und wie sollen wir das anstellen, rief jemand dazwischen. Statt darauf zu antworten, wandte sie sich an den Coach. Können Sie eventuell neue Geräte für Ihre Experimente besorgen, Herr Schmitz? Der Coach rückte sich seine Brille zurecht. Ich werde einige Kollegen aus anderen Schulen fragen, ob sie mir ihre Geräte ausleihen können. Dann können wir das Training wieder aufnehmen. Mama nickte zufrieden und wandte sich an Buffalo Bill. Neue Farben können Sie wohl nicht besorgen, oder? Der alte Rektor hob bedauernd die Arme und schüttelte den Kopf. Zumindest nicht so günstig. Das dachte ich mir, selbst wenn, hätten wir wahrscheinlich auch dafür nicht mehr genug Geld in der Schulkasse. Also rief jemand, als Mama nicht weitersprach. Also streichen wir unsere Schule eben pink an. Das ist vielleicht noch hübscher, als sie rot und weiß zu streichen. Zumindest ungewöhnlicher. Wo sie recht hat, hat sie recht, hörte ich pink neben mir sagen. Luca gab mir einen freundschaftlichen Klaps auf den Rücken. Deine Mama ist echt cool. Meistens jedenfalls schränkte ich ein und dachte daran, dass sie am Wochenende Waschpulver statt Geschirrreiniger in unsere Spülmaschine gefüllt hatte. Der Schaum hatte den ganzen Küchenboden bedeckt. Als wir aus der Aula kamen, wollte ich mich schon mit Wolle zu unserem Übungsplatz aufmachen, da hielt mich Luca noch einmal zurück. Wartet mal, wir haben noch was zu besprechen. Kalou und ich blieben stehen. Und auch Pink kam zurück. Sie war schon auf dem Weg zu ihrem Videoclip Dancing gewesen. Was denn? fragte Kalou. Ich finde, wir sollten die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Du meinst herausfinden, wer das hier gemacht hat? fragte ich. Luca schüttelte heftig den Kopf. Das wissen wir doch längst, oder? Und ob, die Merkels, riefen Pink und Kalou wie aus einem Mund. Wahrscheinlich sind sie erst durch meine Bemerkung, dass wir die Schule retten wollen, darauf gekommen, fügte ich kleinlaut hinzu. Luca winkte ab. Das hätten sie sowieso herausgefunden. Außerdem sollten wir es ihnen erst einmal nachweisen. Und wie? fragte Kalou. Sie müssen die Sachen von Coach doch irgendwo hingebracht haben. Wo würdet ihr das verstecken? Vielleicht zu Hause? fragte ich unsicher. Bestimmt nicht, widersprach Pink. Ich war mal in der Werkstatt, das sind viel zu viele Geräte. Die würden den Eltern von denen bestimmt gleich auffallen. Genau, gab Luca ihr recht. Also bleibt doch nur die Schule, oder? Das heißt, du willst? Luca unterbrach mich mit einem Kopfnicken. Wir schleichen uns zur Merkel und suchen die Sachen. Wenn wir heute hier fertig sind, treffen wir uns und besprechen, wie wir weiter vorgehen. Elftes Kapitel Der Geier und der General Als wir für den Tag endlich Feierabend machen konnten, hatten wir bereits drei Eimer Farbe auf unserer Schulfassade verteilt. Pink juchzte vor Begeisterung, als ich von ihrer Tanzprobe kam. Das sieht so cool aus. Ich freue mich schon, wenn alles so richtig pink ist. Calou verzog den Mund. Ich finde rot und weiß besser. Jungs haben ja auch keinen Geschmack, gab sie mit hoch gereckter Nase zurück. Nach einer Weile kam Luca aus der Turnhalle gehumpelt. Er hatte keine Augen für unsere pink Farben Schule, sondern hielt sich wieder mit schmerzverzerrtem Gesicht den Rücken. Diese Fallübungen sind echt der Horror, stöhnte er und reckte sich. Möchtest du lieber was anderes machen, wollte ich wissen. Auf keinen Fall, rief Luca entsetzt. Das macht total Spaß. Frau Hackel meint, dass es am Anfang wehtun kann, wenn man mit voller Wucht auf den Rücken fällt, aber sie will uns beibringen, dass es dann irgendwann ohne Schmerzen klappt. Carlo betrachtete ihn mitleidig. Irgendwann, dann lieber anstreuchen. Kannst du überhaupt noch laufen? Luca nickte. Ja, ja, geht schon wieder. Lasst uns lieber überlegen, wie wir beweisen, dass die Merkels die Sachen geklaut haben. Wir müssen rein, antwortete ich, ohne nachzudenken. Das wird aber schwierig, entgegnete Pink. Die Schule ist bestimmt abgeschlossen. Als wir neulich dort waren, war das auch so. Eine Weile stierten wir schweigend vor uns hin. Dann sagte Kalou plötzlich, der Meister. Wie? fragte ich. Die Schlüssel. Luca, Pink und ich sahen uns an. Pink verdrehte die Augen. Kalou, geht es auch deutlicher? Papa hat die Schulschlüssel im Büro, in einem Schränkchen an der Wand. Manchmal schließt er ab, manchmal nicht. Und du meinst beim Hausmeister von der Merkel ist es auch so? fragte Luca. Kalou zuckte mit den Schultern. Vielleicht. So ein Hausmeister Büro habe ich gesehen, als wir dort waren. Und es hatte auch eine Tür nach draußen, erinnerte ich mich. Aber ob es abgeschlossen war oder ob es da ein Schlüsselschränkchen gab, weiß ich nicht mehr. Einen Hausmeister habe ich allerdings auch nicht gesehen, ergänzte Pink. War ja aber auch noch nicht Feierabend, erwiderte Kalou. Vielleicht war er in der Schule unterwegs, wie Papa. Dann lasst uns gleich aufbrechen und nachsehen, entschied Luca. Das ist unsere beste Chance. Hoffentlich geistern diese blöden Typen nicht wieder hier herum, flüsterte ich Pink zu, als wir uns bis auf Sichtweite an die große Schule herangeschlichen hatten. Luca schüttelte den Kopf. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein als beim letzten Mal. Das waren wir dann tatsächlich. Und so hatten wir schließlich ein Versteck gefunden, von dem aus wir das Büro des Hausmeisters beobachten konnten. Mist, flüsterte Kalou, er sitzt drin. Irgendwann geht er sicher mal raus, erwiderte Luca nur. Durch die Fenster des Büros konnten wir den Hausmeister ziemlich gut erkennen. Er sah völlig anders als unser Meister Dürr aus. Kalous Papa war ein runder, gemütlicher Brummelbär. Der Hausmeister hier war dagegen mager, hatte eine Hakennase und einen langen Hals. Ich konnte mir nicht helfen, aber er erinnerte mich an einen Geier. Hoffentlich wurde der Typ nicht bald unser Hausmeister. Plötzlich griff Pink so heftig nach meinem Arm, dass ich zusammenzuckte. Aua, was ist denn? Da, hinter dem Hausmeister, an der Wand, raunte sie mir aufgeregt in Kalou setzen zu. Ein Schlüsselschränkchen? fragte Luca. Nun sah ich es auch. Nein, viel besser. Ein Schlüsselbrett mit jeder Menge Schlüssel. Luca rieb sich die Hände. Perfekt! Jetzt muss der Typ nur noch für eine Weile verschwinden. Doch danach sah es zunächst überhaupt nicht aus. Der Hausmeister der Merkel Schule saß auf seinem Stuhl, als wäre er dort festgeklebt. Mir taten schon die Füße weh und ich befürchtete, wir würden am nächsten Morgen noch dort stehen. Da reckte der Mann sich und lief aus dem Raum. Das passierte alles so schnell, dass wir einige Augenblicke brauchten, bis wir kapierten, dass der Weg nun frei war. Beilt euch, raunte Luca uns zu, während er schon auf das Büro zurannte. Ich glaube, er hat die klopfendem Herzen lief ich in das fremde Büro und starrte auf das Schlüsselbrett. Erst jetzt entdeckte ich, dass unter jedem der dort aufgereihten Schlüssel ein Kärtchen angebracht war, auf dem Stand, zu welcher Tür der Schlüssel passte. Besser geht's ja nicht, flüsterte Pink und las wie wir Reihe für Reihe die Kärtchen. Plötzlich zuckte Galou neben mir zusammen. Da, der General. Ich wollte ihn schon fragen, was Schlüssel mit Soldaten zu tun hatten, da zog er einen großen Schlüssel von einem der Haken. Auf dem Kärtchen darunter stand Generalschlüssel. Super Kalou, freute sich Luca, genau den brauchen wir, jetzt nichts wie raus. Das ließen wir uns nicht zweimal sagen. Leise schlossen wir die Tür hinter uns und schlichen am Gebäude entlang auf den Haupteingang der Schule zu. Es war für mich fast wie ein Wunder, dass der Schlüssel tatsächlich passte und sich die Tür öffnete wie das Tor zu einer geheimen Schatzkammer. Wir huschten hinein und standen in der Eingangshalle, die sich über alle Stockwerke bis zu einem Glasdach weit über uns erstreckte. Auf jeder Etage waren alle Räume um diese Halle herum angeordnet. Pink drehte sich um ihre eigene Achse und sah zu den einzelnen Etagen hinauf. Das sind aber viele. Müssen wir die alle durchsuchen? Nicht, wenn wir die Sachen vorher finden, antwortete Luca mit einem Schulterzucken. Wahrscheinlich rechnete niemand der Merkels damit, dass jemand in ihre Schule eindringen könnte, um die Klassenräume zu durchsuchen. Jedenfalls brauchten wir nun den Generalschlüssel nicht mehr. Mir war es nur recht. Dann fühlte ich mich nicht ganz so wie ein Einbrecher. Obwohl wir versuchten, so wenig Geräusche wie möglich zu machen, ließ sich ein leises Klappern oder Türquietschen nicht immer vermeiden. Jedes Mal hielten wir dann inne und lauschten, ob sich Schritte doch es ging immer gut. Wir hatten schon drei Klassenräume ohne Ergebnis durchsucht, da passierte es. Hinter einer der Türen befand sich ein Gestell, an dem etwas aufgehängt war, das nach Kunstunterricht aussah. Als wir die Tür öffneten, prallte sie dummerweise dagegen. Da das blöde Ding offensichtlich auf ziemlich wackeligen Beinen stand, kam es ins Wanken und fiel mit einem ohrenbetäubenden Poltern um. Für einen Augenblick verharrten wir in unserer Bewegung, als hätte jemand einen Film angehalten. Dann hörten wir schon eine Stimme durch die Eingangshalle dröhnen. Hallo, ist da jemand? Wie meistens hatte Luca sich als erster wieder gefasst. Nichts wie weg, rief er und rannte auf den Stimme aus der entgegengesetzten Richtung. Der Weg zum Haupteingang war also frei. Wir mussten nur schnell genug sein. Ich rannte, was meine dünnen Beine hergaben. Ich habe gesagt, ihr sollt stehen bleiben, verdammt, ertönte wieder die Stimme, die wahrscheinlich dem Hausmeister gehörte. Allerdings wagte ich nicht, mich umzusehen. Wir waren nur noch ein paar Schritte von der rettenden Tür nach draußen entfernt. Da rief jemand anders. Aua, lassen Sie mich los, das tut weh. Kalou, ich kam ins Stolpern und konnte mich gerade noch fangen, bevor ich der Länge nach auf dem Boden gelandet wäre. Keuchend und schnaufend blieb ich stehen, sah mich um und schrie verschrecklaut auf. Es war tatsächlich der Geierhausmeister, der uns verfolgt hatte. Kalou, der als Letzter aus der Klasse gerannt war und auch nicht der Schnellste ist, war ihm nicht entkommen. Der dünne Mann hatte Kalous Pferdeschwanz gepackt und machte keine Anstalten, ihn freizulassen. Lassen Sie mich los, rief er noch einmal, das tut echt weh. Pink, Luca und ich warfen uns nur einen kurzen Blick zu und waren uns ohne ein Wort einig. Wir hätten dem Hausmeister nun leicht entkommen können, aber unseren Freund im Stich zu lassen, kam nicht einen Augenblick in Frage. Lassen Sie ihn los, bitte, wir werden nicht weglaufen, sagte Luca so ruhig, dass ich ihn dafür bewunderte. Der Hausmeister sah ihn wütend an, ließ Kalou dann aber zögernd wieder frei. Der rieb sich seinen Kopf und schimpfte leise vor sich hin. Der Hausmeister betrachtete uns mit cremiger Miene. Und jetzt sagt ihr mir, warum ihr hier eingebrochen seid. Wir sind nicht eingebrochen, erwiderte Pink. Sondern? Reingekommen, antwortete Pink zögernd. Sehr witzig. Wie habt ihr das überhaupt geschafft? Luca hielt ihm den Generalschlüssel hin. Sie sollten besser auf ihre Schlüssel aufpassen. Der Hausmeister riß ihm den Schlüssel aus der Hand. Das wird ein Nachspiel haben. Dann sah er uns plötzlich prüfend an. Ihr gehört zu den Zwergen, oder? Nennen sie uns nicht so, schimpfte Pink. Einbrecher nenne ich, wie ich will. Wir sind keine Einbrecher, brachte nun auch ich endlich heraus. Ihre Schüler haben unserer Schule etwas gestohlen und das haben wir gesucht. Und habt ihr es gefunden? Nein, musste ich zugeben. Aber wir waren ja auch noch nicht mit dem Suchen fertig. Damit ist jetzt jedenfalls Schluss. Er kommt mit mehr. Und wohin? wollte Kalou wissen, der sich immer noch seinen Kopf rieb. Wohin schon? Erst einmal zu eurer Schule. Du bist doch der Sohn Vom dicken Dür nicht wahr? Für sie immer noch Herr Dür brummte Kalou leise. Zwölftes Kapitel Der dicke Dür und der dünne Dickmann Unsere Proteste nutzten nichts. Schließlich blieb uns nichts anderes übrig. Wir mussten dem Geierhausmeister zu unserer Schule folgen. Als wir an dem Teil vorbeikamen, der bereits pink angestrichen war, schüttelte der Hausmeister den Kopf und murmelte »Töpisch für diese Spinner. Am liebsten hätte ich ihm die Meinung gesagt, aber es war sicher besser, erst einmal die Klappe zu halten. Auf dem Schulhof standen nicht nur Karlus Papa, wie ich es schon fast erwartet hatte, sondern auch meine Mama. Wo kommt ihr denn her? begrüßte sie uns und sagte dann zu dem Hausmeister »Und wer sind Sie? Der dünne Dickmann«, sagte Karlus Papa, bevor der Hausmeister etwas erwidern konnte. Er ist der Hausmeister der Merkel. Sie meinen wahrscheinlich die Merkel Schule, oder? fragte Mama. Herr Dürr nickte nur. »Und was können wir für Sie tun, Herr Dickmann?« fragte Mama. »Die Hörer sind bei uns eingebrochen.« Auf Mamas Stirn erschien die berühmte Falte. »Wie bitte?« »Ich habe gesagt. Ich weiß, was Sie gesagt haben, aber ich möchte es von den Kindern hören. Da sie zwar unsere Direktorin, aber auch meine Mama war, fühlte ich mich angesprochen. So kurz ich konnte, erzählte ich ihr von unserem Versuch zu beweisen, dass die Schüler der Merkel-Schule unsere Sachen gestohlen hatten. »Den Generalschlüssel haben Sie aus meinem Büro gestohlen,« rief der Hausmeister schließlich. »Dafür werde ich Sie anzeigen.« Mama legte den Kopf schief. Ihre Wutfalte war immer noch da. »Das sollten Sie sich noch einmal überlegen. An Ihrer Stelle würde ich die ganze Sache einfach vergessen. Schließlich ist nichts entwendet oder beschädigt worden. »Vergessen? Und warum sollte ich das? Weil sie ihrem Chef beichten müssen, dass Kinder den Generalschlüssel ihrer Schule stehlen konnten. Der wird sicher nicht glücklich darüber sein, wie sehr sie die Sicherheitsvorschriften vernachlässigen. Mit einem Schlag wurde Herr Dickmann blass und Herr Dörr rot im Gesicht. Wahrscheinlich fühlten sich gerade beide angesprochen. Der Hausmeister der Merkel-Schule betrachtete Mama aus zusammengekniffenen Augen. »Aber wehe, die lassen sich blicken«, stieß er hervor, machte auf dem Absatz kehrt und stiefelte davon. »Noch ein Grund, warum wir diese Schule retten müssen«, sagte Mama mit einem Seufzer, während sie ihm nachsah. Dann stemmte sie die Fäuste in ihre Hüfte und wandte sich an uns. Leider gab es die Wutfalte immer noch. »Was habt ihr euch nur dabei gedacht?« Hätte der Hausmeister uns nicht zur Mama, sondern zur Polizei gebracht, hätte das, was wir dort zu hören bekommen hätten, auch nicht schlimmer sein können, als die Schimpftirade, die nun auf uns niederpraschelte. Es endete damit, dass wir hoch und heilig versprechen mussten, solche Dummheiten auf gar keinen Fall zu wiederholen. Selbstverständlich versprachen wir es. allerdings mit auf dem Rücken gekreuzten Fingern. Und es bewahrte uns auch nicht davor, dass sie uns für den Rest des Schuljahres den Pausenhof Dienst aufbrummte. Müll sammeln, brummte Kalou in Richtung Pink auf dem Weg zurück ins Haus. Das wolltest du ja von Anfang an machen. Micks Mutter war halt sauer, erwiderte Pink nur schulterzuckend. Trotzdem ist sie cool, ergänzte Luca. Wie gesagt, meistens schränkte ich ein und dachte daran, dass unser Kühlschrank mal wieder leer war und uns bei der Ummeldung im Bürgerbüro gesagt wurde, dass Mamas Ausweis seit drei Jahren abgelaufen war. Während der nächsten Tage stellten wir fest, dass wir immer noch gern beweisen würden, dass die Merkels unsere Sachen gestohlen hatten, andererseits hatten sie bei uns nicht wirklich großen Schaden angerichtet. Der Coach hatte tatsächlich eine neue Ausrüstung für seine Experimente besorgen können. Und so knallte und stank es weiter aus seiner Werkstatt. Blieb also nur noch die pinkfarbene Fassade unserer Schule. Worüber sich manche ja sogar wirklich zu freuen schienen, vor allem eben pink. Ich dagegen war mir nicht ganz sicher, was ich davon halten sollte. Andererseits passte sie zu uns. Unsere Lehrer und auch wir Schüler waren nun einmal alles andere als gewöhnlich. Warum sollte unsere Schule also nicht auch in einer ungewöhnlichen Farbe gestrichen sein? Dass auch andere Leute dieser Meinung waren, erfuhren wir, je höher wir mit der pinken Farbe an der Hausfassade kamen und diese somit von Tag zu Tag besser auch von Weitem zu sehen war. Immer öfter bemerkten wir fremde Leute, die stehen blieben und interessiert beobachteten, wie das Gebäude mit Malerrollen bearbeitet wurde. Ein paar Tage bevor das Schulfest steigen sollte, hatten wir es fast geschafft. Nur noch an wenigen Stellen lugte das hässliche Grau hinter dem leuchtenden Pink hervor. Mittlerweile waren den ganzen Tag Leute am Rand des Pausenhofs zu sehen, die unsere Schule beobachteten. Ich hatte mich inzwischen entschieden, wolle so lange zu zeigen, was er machen sollte, bis er es kapierte, dass auch er einen Spiel- und Bewegungstrieb hatte. Wenn ich es nicht schaffte, konnte ich mich für das Schulfest immer noch selbst als Hund verkleiden. Dann wäre ich der erste Mensch, der von einem Hund dressiert worden war. Da das Anstreichen der Schule mehr Arbeit war, als wir zu Beginn vermutet hatten, verbrachte ich jedoch mehr Zeit mit einer Malerrolle in der Hand, während Wolle in der Nähe hockte und brav auf mich wartete. Als ich wieder einmal mit einem leeren Farbeimer zu dem Abfallcontainer ging, den wir für unseren Müll hatten aufstellen lassen, winkte mich ein Mann zu sich, der am Eingang zum Pausenhof stand. Ich warf den Eimer in den Container und blieb einige Schritte vor ihm stehen, man konnte ja nie wissen. Bist du eine Schülerin? fragte er mich. Ich wollte ihm schon antworten, dass ich wohl kaum wie eine Lehrerin aussehe, zügelte dann aber meine große Klappe und nickte nur. Kannst du mir bitte sagen, wo ich den Direktor der Schule finde? Nein? Nein, warum nicht? Weil wir eine Direktorin haben. Eins zu null für dich, rief der Mann und lachte laut auf. Das gefiel mir. Was wollen Sie denn von ihr? fragte ich trotzdem. Ich bin von der Zeitung, genauer gesagt von der Online- Redaktion. Ich würde gern etwas über eure etwas ungewöhnliche Aktion hier schreiben. Ich zuckte zusammen. Reporter, Zeitung, besser ging's nicht. Ich bring sie gleich zu ihr, rief ich so laut, dass nun der Reporter zusammen zuckte. Dann rannte ich so schnell über den Pausenhof und durch das Schulgebäude auf Mamas Büro zu, dass der arme Reporter und auch Wolle mir kaum folgen konnten. Er ist Reporter von der Zeitung, rief ich außer Atem, bevor Maggie mich etwas fragen konnte. Er will über unsere Schule schreiben. Stimmt das? fragte Maggie den jungen Mann, der hinter mir in ihr Büro gekommen war. Ja, das ist richtig. Ich würde gern mit der Schuldirektorin sprechen, wenn das möglich wäre. Es war natürlich möglich. Es war natürlich möglich. Wenige Augenblicke später verschwand er in Mamas Büro und schloss die Tür hinter sich. Ich wäre zu gern dabei gewesen, aber das hätte Mama sicher nicht zugelassen. Zurück an unserer Baustelle empfing mich Kalou mit einem Farbeimer. Leer, meinte er nur und hielt ihn mir hin. Das sehe ich. Soll ich den jetzt zum Container bringen? Ja, ist doch leer. Warum bringst du den nicht selbst weg? Ich muss doch Papa im Auge behalten. Ich seufzte und nahm ihm den Eimer aus der Hand. In Mamas Büro ist übrigens ein Reporter von der Online-Zeitung, der will über unsere Schule berichten. Kalou bekam große Augen. Cool, hoffentlich auch über das Schulfest, dann kommen noch mehr Leute. Wäre schön, erwiderte ich mit einem Kalou-Satz und machte mich noch einmal auf den Weg zum Abfallcontainer. Frau Hackl hatte ein kleines Plakat mit einer Einladung zu unserem Schulfest entworfen. Das hatten wir kopiert und überall angebracht, wo es möglich war. Wenn es jedoch auch noch im Netz stand, würde das sicher helfen, möglichst viele Gäste anzulocken. Ich hatte gerade den Eimer mit Schwung in den Container geworfen. Da hörte ich eine piepsige Stimme hinter mir. So eine schöne Schule! Ich sah mich um und entdeckte ein Mädchen, das noch um einiges jünger zu sein schien als ich. Neben ihr stand eine junge Frau. Das kleine Mädchen betrachtete mit glänzenden Augen unsere Schule in Pinks Lieblingsfarbe. Gefällt sie dir? Das Mädchen nickte. Ja, sehr, schade, dass ich nicht hierher darf. Warum denn nicht? Fragte ich sie. Haben es deine Eltern nicht erlaubt? Oh doch, das haben wir! antwortete die Frau, die offensichtlich die Mutter des Mädchens war. Aber es war nicht mehr möglich. Wie bitte? Ich musste mich verhört haben. Warum denn nicht? Es war schon zu voll, weil sich zu viele Kinder angemeldet hatten. Ich schnappte nach Luft. Wie bitte? Wer hat das gesagt? Es war wohl die Entscheidung des Schuldirektors. Wir haben im Sekretariat nachgefragt. Dort sagte man uns, der Direktor hätte entschieden, keine Anmeldungen mehr anzunehmen. Das kann nicht sein, brachte ich heraus. Doch, es hieß, die Klassen wären sonst zu groß geworden. Das Mädchen sah noch einmal zu der Schule hoch und seufzte. Dann drehte sie sich um und lief mit hängenden Schultern davon. Ihre Mutter nickte mir freundlich zu und folgte ihrer Tochter. 13. Kapitel Mit Winnetou und Old Shatterhand durch den Schrebergarten Ich sah den beiden nach, wie sie um eine Straßenecke verschwanden und konnte nicht glauben, was ich gerade gehört hatte. Ob die beiden die Wahrheit gesagt hatten? Wenn es so war, warum hatte der Direktor so einen Quatsch erzählt? In meinem Kopf machte sich ein Gedanke breit, der noch schwerer zu glauben war als das, was ich gerade gehört hatte. Aber mir fiel keine andere Erklärung ein. Auf jeden Fall musste ich dringend mit meinen Freunden darüber reden. Für den Rest des Tages konnte ich kaum noch an etwas anderes denken. Ich bekam noch nicht einmal mehr richtig mit, als der Reporter aus dem Schulgebäude lief und noch ein paar Fotos von unserer Schule schoss. Der Artikel steht morgen im Netz, rief er mir zu und machte sich auf den Weg zu seiner Redaktion. Doch irgendwie konnte ich mich kaum noch darüber freuen. So sehr hatte mich geschockt, was mir die Mutter des Mädchens am Abfallcontainer erzählt hatte. Endlich entließen uns die Lehrer und ich lotste meine Freunde zu unserer Kastanie. Die wunderten sich zwar über meine Hektik, fragten aber erst nach dem Grund des Treffens, als wir uns hinter dem Baum niedergelassen hatten. »Nun sag endlich, was los ist«, begann Pink, »ich platze fast von Neugier. »Wenn ich euch erzähle, was ich gerade erfahren habe, haltet ihr mich bestimmt für total übergeschnappt«, erwiderte ich. »Würt sich zeigen«, meinte Kalou. Also begann ich ihnen, das Unglaubliche zu berichten. Sie reagierten darauf, wie ich es erwartet hatte. »Bist du sicher?«, fragte Luca. »Und glaubst du ihr?«, fragte Pink. »Kann echt nicht sein«, meinte auch Kalou. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Mutter des Mädchens so eine Geschichte ausgedacht hat.« »Wenn es tatsächlich stimmt, warum sollte Buffalo Bill wollen, dass unsere Schule geschlossen wird?«, stellte Pink die Frage, die mir den ganzen Tag im Kopf herumgespukt war. »Das wird er uns wohl nur selbst sagen können«, meinte Luca, so ruhig wie immer. »Aber das wird er bestimmt nicht machen«, entgegnete Pink. »Sicher nicht?«, jippie, fügte Kalou trocken hinzu. Luca kratzte sich am Kinn. »Es sei denn«, »es sei denn«, fragte ich, als er nicht weiterredete, »wenn wir die Beweise bei ihm finden, die wir bei den Merkels gesucht haben, wird er es uns erzählen müssen.« »Willst du etwa seine Rentsch durchsuchen?«, rief ich. »Warum nicht?« »Bei der Merkel haben wir es schließlich auch gemacht.« Pink verdrehte die Augen. »Hat ja auch super geklappt.« »Hast du eine bessere Idee?« Die hatte sie nicht. Dafür sagte sie nachdenklich, »Tagsüber ist er hier. Da könnten wir uns heimlich dorthin schleichen. Aber bestimmt wird er sein Haus abschließen, wenn er nicht da ist.« »Und was ist mit seiner Frau?«, warf ich ein. »Ist er nicht verheiratet?« Luca schüttelte den Kopf. »Geschieden.« Seitdem hat er wohl nur noch für seine Schule und diesen kleinen Bauernhof gelebt. Das hat Aydin zufällig mal mitbekommen. »Darum kann ich ja auch nicht glauben, dass ausgerechnet er die Schule schließen lassen wollte,« rief Pink. »Wenn wir die Rentsch nicht durchsuchen, werden wir es nie herausfinden. Das Problem ist nur, wie kommen wir da heimlich hinein?« »Hat er Pferde?«, fragte ich, denn mir war plötzlich eine Idee gekommen. »Pferde?«, fragte Kalle ungläubig. »Warum?« »Ich grenzte ihn an. »Weil ich ein Mädchen bin.« Er grenzte zurück. »Sieh aber gar nicht so aus.« »Ich weiß, worauf du hinaus willst,« rief Pink dazwischen. »Alle Mädchen mögen Pferde.« »Jedenfalls denken die Erwachsenen das,« ergänzte ich. »Hat er also Pferde?« Luca nickte nachdenklich. »Ich glaube, ja,« sagte er dann zögernd. »Das hat er mal erwähnt, als er bei einer Schulveranstaltung über die Bühne geritten ist.« »Hat er, aber nur Ponys,« ergänzte Kalou. »Egal. Pferd ist Pferd,« erwiderte ich. »Und was hast du jetzt vor?«, fragte Pink. »Ich werde ihn fragen, ob er mich auf einem reiten lässt. Wenn er damit einverstanden ist, will er mich bestimmt nicht allein lassen. Wahrscheinlich will er dabei sein und aufpassen, dass mir nichts passiert.« »Und wir den Pferd,« ergänzte Kalou. »Haha, sehr witzig.« »Die Idee ist super,« ging Luca dazwischen. »Während du mit ihm unterwegs bist, können wir die Rentsch durchsuchen.« »Wann machen wir es?«, fragte Kalou nur. »Gleich morgen,« antwortete Luca. Damit war die Sache entschieden. Jetzt musste sie nur noch klappen. Am nächsten Tag war mein erster Gang nach dem Aufstehen zu meinem Computer. Ich schaltete ihn an und rief die Internetseite unserer Tageszeitung auf. Der Artikel über unsere Schule war tatsächlich hochgeladen. Er stand zwar erst auf der zweiten Seite, war dafür aber sehr positiv mit einem schönen Foto unseres pinkfarbenen Gebäudes. Sogar das Schulfest war erwähnt und es wurde darüber berichtet, warum wir das alles veranstalteten. »Der Artikel ist gut, oder?«, fragte ich Mama gleich, als ich fertig gerichtet in die Küche kam. Sie nickte. »Sehr gut sogar,« sagte sie zwischen zwei Bissen in ihr Marmeladenbrötchen. »Jetzt können wir nur hoffen, dass es auch etwas nützt. »Hast du heute etwas Besonderes vor?«, fragte sie mich dann. Ich erschrak, obwohl sie ja nicht wissen konnte, dass ich tatsächlich etwas Besonderes plante. »Nach der Schule treffe ich mich mit Kalou, Pink und Luca,«, antwortete ich. So hatte ich ihr zwar nicht alles erzählt, aber auch nicht gelogen. »Ah, schön,« sagte sie nur und widmete sich wieder ihrem Marmeladenbrötchen. Es dauerte dann doch noch fast bis mittags, bevor ich mir endlich ein Herz fasste und den alten Direktor ansprach, der von allen nur Buffalo Bill genannt wurde. Dafür lief es aber besser, als ich befürchtet hatte. Auf meine Frage, ob er Pferde auf seiner Ranch habe, strahlte er mich an. »Oh ja, die habe ich. Zwei, um genau zu sein. Alle Mädchen mögen Pferde, nicht wahr?« Ich musste mir ein Grinsen verkneifen. »Ich mag sie auf jeden Fall.« »Damit hast du sehr recht. Es sind wunderbare Tiere. Sie sind intelligenter, als viele Menschen denken. Wusstest du zum Beispiel das? Darf ich mal auf einem reiten?« unterbrach ich seinen Lehrervortrag. Er sah mich verdattert an. »Wie? Reiten?« Ich biß mir auf die Lippe und ärgerte mich, dass ich wohl zu schnell vorgeprescht war. »Meine Freunde und ich wollen Sie besuchen kommen,« sagte ich hastig. »Und da habe ich gehofft, dass ich mal auf einem ihrer Pferde reiten dürfte.« Buffalo Bill kratzte sich an seiner Glatze und sah mich nachdenklich an. Dann zog er mit den Schultern und meinte mit einem Lächeln. »Warum nicht?« »Allerdings sollte ich dabei sein. Schließlich möchte ich nicht, dass dir etwas passiert.« »Oder dem Pferd«, wiederholte ich Kalus blöden Witz. Er lachte laut auf. »Ha, du gefällst mir. Ich freue mich schon, wenn ihr mich besucht.« Damit wandte er sich wieder dem Gerüst zu. Da die Schule endlich komplett in Pink erstrahlte, hatten wir begonnen, es abzubauen. Ich sah dem alten Rektor hinterher und bekam plötzlich ein schlechtes Gewissen. Eigentlich war er doch sehr nett. Ich wünschte mir fast, dass Luca, Pink und Kalou nichts in der Ranch finden würden und wir uns geirrt hatten. Buffalo Bill staunte nicht schlecht, als wir schon am Nachmittag vor der Tür seines Bauernhofs auftauchten. Den als Ranch zu bezeichnen, war die Übertreibung des Jahres. Er bestand aus einem kleinen, niedrigen Wohnhaus und einem ebenso kleinen Stall. Auf einer umzäunten Koppel neben dem Stall grasten zwei Ponys. Größere Pferde hätten wahrscheinlich auch nicht in den Stall gepasst. Von irgendwoher war das Muen einer Kuh zu hören. Das ging aber schnell, begrüßte uns unser ehemaliger Direktor, als er die Tür geöffnet hatte. »Ist es Ihnen heute nicht recht?«, fragte Luca. »Sollen wir ein anderes Mal wiederkommen?« Buffalo Bill schüttelte den Kopf, dass der Cowboy-Hut auf seinem Kopf wackelte. »Nein, nein, kommt nur herein. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass es nicht besonders aufgeräumt aussieht.« »Kein Problem, wie in meinem Zimmer«, meinte Kalou, was ihm ein lautes Lachen von Buffalo Bill einbrachte. Dann mussten wir den üblichen Kakao über uns ergehen lassen. Während wir tranken, erzählte uns Buffalo Bill von seiner Ranch und wie toll es hier war. »Ich vermisse die Schule zwar, aber gemeinsam mit den Tieren zu leben ist auch sehr schön.« »Das war mein Stichwort.« »Wir haben die Ponys draußen gesehen.« Der alte Direktor lächelte mich an und zwinkerte mir zu. »Du kannst es gar nicht erwarten, auszureiten, oder?« »Schon«, antwortete ich zögernd. »Kein Problem, allerdings musst du mir beim Satteln helfen.« »Mach ich gerne«, versicherte ich ihm schnell. Dann wandte er sich an meine Freunde. »Und was ist mit euch?« »Wir würden gern hier warten, wenn wir dürfen«, antwortete Luca. Buffalo Bill nickte. »Meinetwegen, wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch ein Kakao machen. Wir bleiben nicht sehr lange weg.« Ich bemerkte, dass Kalou, Pink und Luca sich Blicke zuwarfen. Sicher dachten sie das Gleiche wie ich. Der alte Schuldirektor war so freundlich und so nett zu uns. Wir hatten uns bestimmt geirrt, ganz bestimmt. Da ich vor einiger Zeit ein paar Reitstunden bekommen hatte, war das Satteln des Ponys kein Problem für mich. Außerdem war der kleine Zottel sehr gutmütig. So dauerte es nicht lange, bis wir in unseren Sätteln saßen. Als ich dann aber Buffalo Bill in voller Montur auf seinem Pony hocken sah, musste ich mir das Lachen verkneifen. Es sah aus, als hätte sich ein Cowboy auf sein Pferd gesetzt, das beim Waschen eingelaufen war. Zwischen seinen Füßen und dem Boden waren nur ein paar Zentimeter Platz. Ich muss gestehen, dass mir der Ausritt dann viel Spaß machte, auch wenn wir durch eine Schrebergartenkolonie ritten. Der gemütliche Zottel, der übrigens auf den Namen »Old Shatterhand« hörte, trabte seelenruhig hinter seinem Kumpel Winnetou her. Der alte Schuldirektor drehte sich immer wieder zu mir um und fragte, ob alles in Ordnung sei. Dabei vergaß ich sogar, warum wir eigentlich gekommen waren und war enttäuscht, als das kleine Bauernhaus wieder in Sichtweite kam. Ich hätte noch stundenlang weiterreiten können. Nun schwankte ich zwischen meiner Neugier und meiner Hoffnung, dass meine Freunde nichts gefunden hatten. Wir steuerten gleich den Stall an und sattelten die Ponys ab. Als wir damit fertig waren und zum Bauernhaus zurückliefen, wusste ich bereits, dass meine Hoffnung enttäuscht wurde. Luca, Pink und Kalu saßen auf der kleinen Treppe vor dem Haus. Als sie uns entdeckten, erhoben sie sich langsam. Um sie herum lag das, was ich auf einen Blick als die Diebesbeute aus der Werkstatt von unserem Coach erkannte. Vierzehntes Kapitel Die Schule mit dem Namen Pink und das Erdbeermarmeladen-Lächeln Buffalo Bill bemerkte offenbar nicht sofort, was passiert war. Warum sitzt ihr denn hier draußen? fragte er, blieb dann aber abrupt stehen, bevor jemand auf seine Frage antworten konnte. Wo habt ihr das her? rief er, nun ziemlich aufgebracht. Wir haben es zufällig gefunden, erklärte Luca. Als wir auf der Rentsche herumgelaufen sind, ergänzte Pink schnell. Das war zwar eine Lüge, aber sie war mir sehr recht. Er musste nicht wissen, dass wir ihn verdächtigt hatten und nur deshalb gekommen waren. Allerdings schien Buffalo Bill das zunächst nicht zu glauben. Zufällig? fragte er skeptisch. War nichts übersehen, sagte nun Kalou. Lag alles in dem Schuppen mit den Gartengeräten. Und wie kommt das dahin? fragte unser alter Direktor, ohne die Augen von den Glaskolben und den anderen Sachen aus der Werkstatt zu nehmen. Wir dachten, das könnten sie uns erklären, erwiderte Luca. Buffalo Bill hob den Kopf und betrachtete Luca mit zusammengezogenen Augenbrauen. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis er endlich sagte, »Ich benutze den Schuppen nicht und bin schon seit Monaten nicht dort gewesen. Der Garten wird nämlich von...« Sekunden verstrichen, bis ich kapierte, dass er nicht weiterreden würde. »Was ist mit dem Garten?« Ohne mir darauf zu antworten, stürmte er plötzlich die Treppe hinauf, dass Luca, Kalou und ich erschreckt zurückwichen. »Ich muss telefonieren,« rief er uns dann im Laufen zu. »Ihr wartet hier.« Damit krachte die Haustür hinter ihm ins Schloss. »Was war das denn?« fragte Kalou entgeistert. Luca hob die Arme und ließ sie wieder sinken. »Frag mich was Leichteres.« »Mit wem will er bloß telefonieren?« In dem Augenblick, als er die Frage stellte, wusste ich es. »Mit der Schulsekretärin.« »Mit Mama?« »Nein, mit der anderen,« beruhigte ich Kalou. »Mit dieser Frau?« »Listig?« half mir Pink. »Genau. Jetzt macht es auch Sinn, was mir die Mutter des Mädchens gestern erzählt hat, dass der Direktor keine Anmeldungen mehr annimmt.« Und das war gelogen, schlussfolgerte nun auch Luca. Kalou riss seine Augen auf und hob den Zeigefinger. »Der Garten. Die Rede.« »Das ist mir auch eingefallen. In seiner Abschiedsrede hat der Direktor gesagt, Frau Listig würde sich um seinen Garten kümmern,« übersetzte ich Kalous Ausruf. Hinter uns öffnete sich die Haustür. Kalou, Luca und ich wandten uns gleichzeitig um. »Frau Listig?« Lukas' kurze Frage genügte offensichtlich, denn Buffalo Bill holte tief Luft, seufzte und nickte dann. »Sie hat es zugegeben. Ich kann es immer noch nicht fassen.« »Wollte sie tatsächlich, dass unsere Schule geschlossen wird?« versicherte Pink sich noch einmal. »Ja, das war wohl ihr Plan. Sie konnte es nicht ertragen, dass jemand andere die Schule leitet. Wenn Sie und ich gehen mussten, dann sollte es auch die Schule nicht mehr geben. Deshalb hat sie alle Anmeldungen abgelehnt, ohne dass ich davon wusste. Und Frau Dörr hat offensichtlich auch nichts bemerkt. Völlig verrückt,« fügte er mit ungläubigem Kopfschütteln hinzu. »Und als sie dann erfuhr, dass wir um die Schule kämpfen wollten, hat sie versucht, das zu verhindern,« ergänzte ich. »Zum Glück mit mäßigem Erfolg.« »Was wollen Sie jetzt machen?«, fragte Pink. »Sie anzeigen?« »Das soll Frau Eisenhardt entscheiden. Ich habe Frau Listig drängend geraten, sich bei ihr zu melden und ihr alles zu beichten.« »Ob sie es tut, weiß ich allerdings nicht.« Auf dem Rückweg redeten wir kaum. Das lag zum einen an dem ganzen Kram, den wir von der Ranch zur Schule zurückschleppen mussten. Es lag aber sicher auch daran, dass wir das verdauen mussten, was wir herausgefunden hatten. Ich wusste nicht, wie meine Freunde es sahen. Obwohl das, was Frau Listig getan hatte, nicht richtig war, tat sie mir auch irgendwie leid. »Ob sie sich wohl bei deiner Mama meldet, Mick, und alles gesteht?«, fragte Pink, als wir schon fast an der Schule waren. »Das werden wir wohl in ein paar Tagen wissen,« antwortete Buffalo Bill. Doch so lange dauerte es nicht. Auf dem Pausenhof wartete meine Mutter schon auf uns. Kalus Eltern standen neben ihr und sahen uns ebenfalls erwartungsvoll an. »Sind das die Sachen, die ihr bei Herrn Hinterhuber zufällig gefunden habt?«, fragte Mama, bevor einer von uns etwas sagen konnte. Die Art, wie sie das Wort »zufällig« dabei betonte, machte deutlich, dass auch sie uns den Zufall nicht abnahm. Zum Glück ging sie aber nicht weiter darauf ein. »Hat sich Frau Listig bei Ihnen gemeldet?«, fragte Buffalo Bill zurück. »Allerdings, und sie hat mir alles gestanden.« »Ich kann es immer noch nicht glauben,«, rief Maggie, »wie hat sie es nur geschafft, das geheim zu halten, und sie war doch meine Kollegin.« Die uns arbeitslos machen wollte, ergänzte ihr Mann mit finsterer Miene. »Zeigst du sie jetzt an?«, fragte ich Mama. »Ich habe es Herr und Frau Dürr überlassen, das zu entscheiden.« Kalus sah zu seinen Eltern. »Und?« Maggie schüttelte in den Kopf. »Das würde doch niemandem helfen.« Herrn Dürr's Miene verfinsterte sich noch ein wenig mehr. Aber vorläufig soll sie sich besser nicht mehr hier blicken lassen. Zurück unter unserer Kastanie waren wir uns schnell einig, dass es so am besten war. Wenn man davon absah, dass es wohl das Allerbeste gewesen wäre, Frau Listig hätte erst gar nicht mit diesem Quatsch angefangen. In den letzten Tagen vor dem Schulfest brach dann doch noch einmal die große Hektik aus. Alles, was vorher funktioniert hatte, schien plötzlich nicht mehr zu klappen. In der Werkstatt von Coach Schmitz krachte es ohrenbetäubend, stank und alle stürzten hustend aus der Tür. Die Tänzer stolperten über ihre eigenen Beine. Dann streikte auch noch Ludmillas Kamera. Die Karatekämpfer vergaßen ihre Übungen und Bella hatte ihr Clownskostüm verlegt. Nur Wolle enttäuschte nicht. Er tat das, was er immer tat. Er wich mir nicht von der Seite und beobachtete mich bei meinen Agility-Übungen. Jesus hatte mir verraten, dass ich die Letzte im Programm sein würde. Ich vermutete, er hoffte, dass dann nicht mehr so viele Zuschauer dabei sein würden. So lag ich am Abend vor dem großen Tag in meinem Bett und konnte nicht schlafen. Den WhatsApp-Posts meiner Freunde nachzuurteilen, ging es ihnen nicht besser. Wir waren überzeugt davon, dass unser Schulfest in einer Katastrophe enden würde. Doch wir sollten uns alle täuschen. Es kamen viel mehr Leute, als wir zu hoffen gewagt hatten. Wie der Coach und Jesus uns erzählten, waren noch viele ehemalige Schüler darunter. Wir ließen die Besucher sich erst an selbstgebackenem Kuchen, Kaffee und Limonade stärken, bevor dann endlich mit einem Tusch der Band die Vorstellung begann. Die Zusammensetzung war mit Klavier, Schlagzeug, Geigen, E-Bass und Blockflöten etwas ungewöhnlich, aber ihre Musik hörte sich gar nicht mal schlecht an. Nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil sie es geschafft hatten, Herrn Globuli vom Singen abzuhalten. Bella begrüßte die Zuschauer mit einer Clowns-Nummer, bei der nicht nur mir die Lachtränen übers Gesicht liefen. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass es tatsächlich unsere Bella war, hätte ich sie für einen waschechten Zirkusclown gehalten. Sie sollte wirklich Schauspielerin werden. Die erste Attraktion waren dann die Karatekämpfer. Was Kalus Lieblingslehrerin ihren Schützlingen in den paar Wochen beigebracht hatte, haute mich fast aus den Socken. Sie waren mittlerweile fast so gelenkig wie sie und konnten sich aus mehr als einem Meter auf den Boden fallen lassen, ohne sich wehzutun. Zumindest ließen sie sich nichts anmerken. Als dann Frau Hackl schließlich noch drei Ziegelsteine mit ihrem Ellbogen zertrümmerte, waren die Zuschauer aus dem Häuschen. Nach Bellas nächstem Auftritt war der Coach an der Reihe. Es dauerte zwar einige Zeit, bis alles aufgebaut war, aber das Warten lohnte sich. Zum Glück knallte es nicht ganz so oft wie bei den Proben und es stank auch deutlich weniger. Dafür gab es Lichtbögen und echte Blitze zu sehen. Schließlich ließ er den über beide Ohren grinsenden Aydin in einer dichten Dampfwolke verschwinden. »Wie habt ihr das gemacht?«, fragte ich den Professor, als er an mir vorbeikam. Er zwinkerte mir zu und meinte nur, »Zaubertricks verrät man nicht.« Nachdem die Band noch einmal gespielt und Bella, Fräulein Ling und ihre Dancing Queens angekündigt hatte, kam das Beste. Jedenfalls sah ich das so. Dem anschließenden, ohrenbetäubenden Applaus nach zu urteilen, war es wohl auch die Meinung der anderen Zuschauer. Der Sound klang super, Pink, Lisa und die anderen Mädchen tanzten fast ohne Fehler und Ludmillas Video, das dabei auf einer großen Leinwand lief, hätte man ohne weiteres im Fernsehen zeigen können. Ich war so begeistert von der Vorstellung, dass ich meinen eigenen Auftritt dabei völlig vergessen hatte. Vor Schreck durchfuhr es mich heiß und kalt, als Bella Agility mit Mick und Wolle ankündigte. »Wir sind dran«, raunte ich Wolle zu, der die ganze Zeit neben mir gesessen und sich, selbst beim spektakulären Auftritt vom Coach und seiner Mannschaft, nicht gerührt hatte. Auf wackeligen Beinen lief ich in die Arena, gefolgt von einem schnaufenden Wollknäuel namens Wolle. Carlo und Luca hatten inzwischen die Hütchen, Kisten und den Reifen geholt. So schnell ich konnte, baute ich alles auf. Mit einem Mal wurde mir bewusst, wie viele Leute mir dabei zusahen, und ich wäre vor Aufregung fast über meine eigenen Füße gestolpert. Doch dann fiel mein Blick auf Wolle, der regungslos mitten in der Arena saß. Als wollte er mir sagen, »Bleib cool, was kann schon passieren?« Was dann tatsächlich geschah, war zunächst einmal nichts. Ich sah Wolle an und er mich. Zumindest vermutete ich es, da er mir seine Vorderseite zugewandt hatte. Ich seufzte. »Also gut, dann mach ich es dir halt noch einmal vor.« Da es sehr ruhig in der Arena war, verstanden mich wahrscheinlich jeder. Das war nun auch schon egal. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal spurtete ich um die Slalomhütchen herum, hüpfte über die Kisten und hechtete durch den Reifen. Wahrscheinlich wollte ich es besonders gut machen und übertrieb es deshalb. Jedenfalls endete mein Sprung mit einer schmerzhaften Bauchlandung und einem Rutsch durch die halbe Arena. Bevor ich mich aufrappeln konnte, sprang Wolle zu mir, leckte mir quer übers Gesicht, machte kehrt und trottete zum Rand der Arena. Er blieb vor einer Kühltasche stehen, kratzte so lange mit seiner Pfote daran herum, bis eine Schülerin einer anderen Klasse die Tasche öffnete. Kaum hatte sie den Deckel angehoben, verschwand Wolles Vorderseite darin und kam mit einer Limonadenflasche im Maul wieder zum Vorschein. So watschelte er zu mir zurück und legte die Flasche vor mir ab. Da ich nicht wusste, was ich sonst hätte machen sollen, öffnete ich sie und nahm einen tiefen Schluck. In dem Augenblick brach der Applaus los. Völlig verdattert blickte ich auf. Vor mir stand Bella, kniff ein Auge zu und machte mir das Daumenhochzeichen. Da kapierte ich. Die Leute hatten das für eine Clownsnummer gehalten. Das war's, liebe Zuschauer, rief Bella in den Applaus hinein. Wir hoffen, Ihnen hat es gefallen. Vor allem aber hoffen wir, dass Sie nun wissen, dass es bei Physik und Chemie auch mal knallen und stinken kann, dass Sportunterricht nicht nur Fußball spielen und Geräteturnen bedeutet, dass sogar Hunde gern hier sind, weil diese Schule nämlich einfach etwas ganz Besonderes ist. Auch während die Zuschauer die Arena schon verließen, saß ich immer noch auf dem Boden mit der Limonadenflasche in der Hand. Eine Clownsnummer, sagte ich mehr zu mir selbst. Wie peinlich! Jesus, der mit seinem Ebers unter dem Arm an mir vorbeikam, hat es wohl gehört. Er blieb stehen und lächelte mich an. So würde ich es nicht sehen. Den Zuschauern hat es gefallen und das ist das Wichtigste. Ich gab ihm Recht. Warum auch nicht? Schließlich ist er ein Lehrer. Als gegen Abend dann auch die letzten Besucher gegangen waren, erschien Mama mit einem Zettel in der Hand. Was ist das? fragte Pinksy. Das sind die Namen der Kinder, die sich für das nächste Schuljahr angemeldet haben. Und? fragte ich und hielt die Luft an. Auf ihrem Gesicht breitete sich ein Lächeln aus. Das war so breit, dass sie rote Ohrläppchen bekommen würde, wenn sie ein Brötchen mit Erdbeermarmelade gegessen hätte. Sechzehn! Wir bekommen eine komplette neue Klasse zusammen! Sie sagte noch etwas, aber das war in dem lauten Jubel, der dann ausbrach, nicht mehr zu verstehen. So war ich zwar hundemüde, aber total glücklich, als ich auf mein Bett fiel und selig einschlief. Am nächsten Morgen weckte mich Mama mit einem Kuss auf meine Stirn. Nach mehreren Versuchen schaffte ich es, endlich die Augen zu öffnen. Auch wenn mir alles wehtat von meinem Agility-Einsatz. Ich zeigte verschlafen auf den Zettel in Mamas Hand. Und was ist das? Noch mehr Listen mit Namen? Unser Reporter hat einen Artikel über unsere Vorstellung ins Internet gestellt. Mit einem Schlag war ich hellwach und riss Mama das Papier förmlich aus der Hand. Der ist ja noch besser als der erste Artikel, rief ich, nachdem ich ihn gelesen hatte. Mama strahlte mich an. Und er bewirkt auch etwas. Was denn? Maggie hat mich angerufen. Sie hat heute Morgen die Schul-E-Mails gecheckt. Und wieder erschien das Erdbeermarmeladen-Lächeln. Es sieht so aus, als müssten wir nun tatsächlich Anmeldungen ablehnen, weil es zu viele gibt. Sie gab mir noch einen Kuss auf die Wange und stand auf. Danke, dass du mich überzeugt hast, Mick. Kaum war sie aus dem Zimmer, holte ich mein Smartphone hervor und schrieb eine Nachricht an meine Freunde. Pink School Forever Wenn dir die Geschichte gefallen hat, schau dich gerne auf meinem Kanal um. Bestimmt findest du da noch etwas, das dir auch gefallen könnte. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bleib gesund, dein Joachim Friedrich mit Instagram, ich will mich angerufen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.